Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu unserer Vorlesung Nummer 11, richtig? 11, ja, 11. Schön, dass Sie den Weg hergefunden haben. Ich möchte Ihnen zum Anfang noch mal ein paar kleine logistische Sachen sagen. Die wissen Sie aber eigentlich alle schon. Ich wollte sie nur noch mal auf der Folie haben. Der erste Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, dadurch vor allem, dass die neuen BAs, da Sie ja keine Tutorien und auch keine Seminare mehr haben, will ich Ihnen die Chance, dass Sie Fragen stellen können, nicht ganz nehmen und habe aus der Güte meines Herzens entschieden, dass wir am 2.2., das ist ein Freitag, machen wir vormittags mal eine Fragestunde hier. Das heißt, ich werde da noch einen Raum finden dafür, wahrscheinlich irgendwo im ZHG. Und das wird einfach so aussehen, dass ich da komme und Sie können da kommen und dann können Sie mich fragen, was Sie wollen. Vor allem Dinge natürlich, die Ihnen in der Klausurvorbereitung aufgefallen sind oder Dinge, die Ihnen noch unklar sind. Und ich werde dann mein Bestes tun, Ihnen die Fragen oder Unklarheiten zu beantworten. Das ist also der Freitag vor der Klausur. Das heißt, bis dahin werden Sie natürlich wissen, was Sie nicht wissen oder wissen, was Sie nicht verstehen. Ich werde dann den Raum noch bekannt geben. Ja, aber ich würde Sie, ich lade Sie gerne dazu ein, hier zu kommen und mich zu löchern und ich werde mein Bestes tun, Ihre Fragen gut zu beantworten. Gut, dann nochmal, auch das steht eigentlich ja schon fest. Sie wissen, der erste Termin der Klausur ist am 6. Februar und nur nochmal, um das ganz klar zu machen, weil ich immer noch einzelne Anfragen bekomme. Die alten BAs, die schreiben im ersten Zeitslot an diesem Nachmittag. Ich weiß, in FlexNow, da steht bei der Klausur, glaube ich, drin, 14 bis 18 Uhr. Das ist mir bewusst. Die alten BAs schreiben allerdings von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ST, und die neuen BAs dann von 16 bis 18 Uhr. Sie sehen ja auch, die Klausuren sind unterschiedlich lang, deswegen kann ich sie nicht alle gemeinsam in einen Raum setzen. Für den zweiten Termin gilt das Gleiche. Auch das werde ich noch ankündigen, aber Sie sollten 15 Minuten vor dem Start der Klausur, also nicht 14 Uhr für den Start 14.15, sondern 13.45 für den Start um 14 Uhr, am Raum im blauen Turm sein. Da hängen dann draußen Sitzpläne, das heißt, Ihnen ist schon ein Platz zugewiesen worden, Sie müssen also nichts mehr großartig machen. Sie können einfach auftauchen, Sie finden Ihren Namen auf der Liste, Sie wissen dann, wo Sie sitzen, und sobald wir dann den Raum soweit hergerichtet haben, können Sie rein, sich hinsetzen, und dann starten wir die Klausur danach. Wie ich es auch schon gesagt habe, für den alten BA ist die Klausur 90 Minuten lang. Sie haben ganz klassisch, Sie schreiben nur über diese Vorlesung, beziehungsweise also nur über IB-Themen, also über die Vorlesung und über die Begleitseminare oder das Begleitseminar, was Sie besucht haben. Sie haben einen Teil Multiple-Choice-Fragen, Sie haben einen Teil einen längeren Essay zu einer Vorlesungsfrage Ihrer Wahl. Zwei werde ich stellen, eine müssen Sie auswählen, und einen Teil, in dem Sie die Frage zu Ihrem Begleitseminar beantworten. Die Frage kriege ich auch immer, kann ich denn auch eine Frage von einem anderen Begleitseminar beantworten, können Sie prinzipiell schon, ist aber keine gute Idee. Denn auch wenn Ihnen die Frage einfacher vorkommt, haben Sie ja keine Ahnung, wie der Sachkomplex in dem anderen Seminar besprochen wurde. Das heißt, es kann sein, dass Sie völlig am Thema vorbeischreiben. Also ich kann Sie nur ermutigen, schreiben Sie die Seminarfrage zu dem Thema des Seminars, das Sie auch besucht haben. Der neue BA, die Klausur für Sie ist zwei Stunden lang, Sie müssen also eine halbe Stunde länger durchhalten, deswegen denken Sie daran, Getränke und irgendwie eine Banane mitzubringen oder sowas. Bitte bringen Sie nicht irgendwie diese kleinen Zuckertäfelchen da mit, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich sehe, dass sich da jemand alle zehn Minuten mit Dextroenergien vollstopft irgendwie. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber ich will es Ihnen lassen. Sie schreiben über sowohl die IB als auch die BRD-Vorlesung eine gemeinsame Klausur, das ist Ihnen wahrscheinlich jetzt mittlerweile klar. Sie haben insgesamt zwei Stunden Zeit, aber Sie können sich selber die Zeit einteilen. Das heißt, wir würden Sie zwar ermutigen, jeweils eine Stunde einzuplanen für jeden Teil, aber wenn Ihnen zur BRD mehr einfällt als zur IB, dann steht es Ihnen frei, da auch länger zu schreiben. Sie müssen allerdings beide Teile mindestens bestehen. Das heißt, Sie können nicht mit einer sehr guten Note im BRD-Teil zum Beispiel eine schlechtere Note im IB-Teil ausgleichen, beziehungsweise eine schlechtere Note schon, aber keine durchgefallene Note. Okay, das also zur Logistik. Haben Sie zum Ablauf, nicht zum Inhalt, haben Sie zum Ablauf jetzt noch Fragen? Ansonsten, Sie wissen vielleicht auch in dem, ich glaube, in unserem ersten Ordner in Stutt-API, da liegen auch noch so ein paar Infos drin zum Ablauf von E-Klausuren. Irgendwie, die Dinger sind schon 1100 mal runtergeladen, also nehme ich an, dass es alle von Ihnen auch mal einmal runtergeladen haben. Da können Sie nochmal reinschauen. Aber die E-Klausur ist prinzipiell ziemlich schmerzfrei. Sie sitzen halt von dem Computer, wie Sie das kennen. Sie haben die Frage, Sie haben ein Eingabefeld, in dem Sie schreiben können, wenn Sie da Texte antworten, wenn Sie da Freitextfelder haben, dann können Sie in den Feldern formatieren und editieren, wie Sie lustig sind. Sie können also kursivdrucken, fettdrucken, geben Sie mir ein paar Überschriften, sowas mag ich. Sie können copy and pasten, wie Sie möchten, und Sie können zwischen den Fragen hin und her springen, wie Sie wollen. Sie sehen nur nicht mehrere Fragen auf einmal, Sie müssen halt immer manuell von einer Frage zur nächsten springen. Okay, gibt es Fragen zu dem logistischen Ablauf? Wie ist das mit Rechtschreibfehlern? Okay, das ist eine gute Frage. Also, Sie sind ja nicht in einer Deutschvorlesung, sondern in einer IB-Vorlesung. Das heißt, mir geht es vor allem nur um die Substanz Ihrer Antwort. Weniger jetzt, also natürlich sollte ich schon erwarten dürfen, dass Sie sich halbwegs ausdrücken können. Das gehe ich mal bei den allermeisten von Ihnen aber davon aus, dass das zutrifft. Sie kriegen also keinen Punktabzug für einzelne Rechtschreibfehler. Rechtschreibfehler. Wenn es halt irgendwann so schlimm wird, dass ich dann überhaupt nicht mehr verstehe, was Sie wollen, dann ist es ein Problem. Aber solange die Substanz in Ordnung ist, sind mir Rechtschreibfehler relativ egal. Wir wissen alle, später haben Sie auch mal Rechtschreibprüfungsprogramme. Also Rechtschreibung extrem gut zu können, gibt jetzt bei mir keine Bonuspunkte. Okay, sonst noch Fragen zur Logistik? Gut, dann ist mir aufgefallen, ich habe Ihnen letzte Woche, glaube ich, noch mal diese zwei Fragen aufgelegt. Aber ich glaube, ich hatte sie nicht auf den Folien. Deswegen habe ich sie jetzt der Vollständigkeit habe hier noch mal drauf gemacht, dass Sie auch zu Hause noch mal nachlesen können, wie die aussehen. Das war ja unsere Multiple-Choice-Frage. Das ist die gleiche wie letzte Woche. Und das war das Beispiel für eine Vorlesungsfrage. Wie gesagt, davon haben Sie zwei, von der Sie eine wählen müssen. Also jetzt haben Sie es hier auf den Folien auch noch mal drauf. Und wenn Sie dann konkrete Fragen haben, noch zu einzelnen Aspekten, dann würde ich Sie einladen dazu, dass Sie zu meiner kleinen Fragestunde vorbeikommen. Das hat sich letztes Jahr ganz gut bewährt. Da hatten wir eine ganze Menge Fragen und sogar interessante Dinge, über die ich noch nicht nachgedacht hatte. Also das hat vielleicht für mich auch irgendwie einen Vorteil. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt dazu, dann wenden wir uns heute mal unserem 11. Thema zu. Und dann haben wir ja auch nur noch zwei Vorlesungen vor uns. Oh, doch noch eine Frage. Ah, ja, richtig. Ja, das werden wir machen. Ich bin allerdings noch nicht durch, den Pool zu erstellen mit den Übungsfragen, weil ich muss ja auch noch die Klausur selber zusammenstellen. Wird also wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich es bis Ende der Woche noch hinkriege. Das sind aber wahrscheinlich nur Übungsfragen zu den Multiple-Choice-Fragen, weil ich habe jetzt nicht 30 Vorlesungsfragen rumliegen und da will ich nicht zu viele verbrennen. Sie haben ja jetzt eine gefunden. Die sind alle gleich gestrickt, wie ich es ja auch erklärt habe. Gut, also dann machen wir heute weiter mit unserem nächsten inhaltlichen Thema, also mit unserem nächsten Themenkomplex von Problemen oder Herausforderungen internationaler Beziehungen. Und zwar gucken wir uns da heute konkret den internationalen Klimaschutz an beziehungsweise Klimawandel und was dagegen getan wird. Wir werden uns am Anfang ein paar Grundlagen erarbeiten. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie ist die Geschichte der Bearbeitung dieses Programmes? Und dann werden wir uns aus der Perspektive zweier Theorien mal überlegen, was stellen denn diese Theorien für Fragen an diesen Themenkomplex und was versuchen sie zu erklären? Konkret gucken wir uns den Institutionalismus und den Konstruktivismus an. Was können die uns helfen, intelligente Fragen an dieses Problem zu stellen und vielleicht was bieten sie uns für Erklärungsmöglichkeiten an? Und dann habe ich nur noch so der Vollständigkeit halber, letztes Jahr bin ich drum gebeten worden, da wissen Sie ja, da habe ich die Vorlesung glaube ich in der Woche gehalten, als Trump vereidigt wurde als Präsident. Deswegen habe ich die Folien mal ans Ende gehängt und wir können mal zusammen gucken, ob das immer noch, ob meine Einschätzung von damals immer noch zutrifft, beziehungsweise was uns das erwarten lässt über die Zukunft des Klimaschutzes, wenn wir alle ja wissen, dass die USA da ein wichtiger Spieler sind. Also wir wollen zum einen mal Klimawandel verstehen und die Geschichte verstehen und zum anderen, wie wir es immer tun, die Perspektiven von Theorien ausloten und schauen, was die uns anbieten können, was die uns sagen können über darüber, wie dieses Problem funktioniert und vielleicht auch, wie man es lösen kann. Ach so, eine Sache, die mir noch einfällt, hatte ich am Anfang bei der Logistik machen können. Ich weiß, dass Simon Fink seine Vorlesung schon evaluieren hat lassen. Das finde ich gut. Gut, ich lasse das natürlich auch evaluieren. Ich bin interessiert an Ihrer Meinung, aber ich mache das erst in der letzten Vorlesung, denn ich will Ihnen die Chance geben, mal das ganze Menü zu probieren, bevor Sie sich dann entscheiden müssen, wie Sie das Ganze fanden. Also deswegen, wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist das eine evaluiert worden und das andere nicht, das können wir bis zu einem gewissen Grad selbst entscheiden und er wollte das halt schon durchführen. Ich führe das ein bisschen später durch, aber Sie haben die Chance. Gut, jetzt erst mal, woher kommt das überhaupt, das Problem? Und wie entsteht das? Ich habe bei der Recherche einen interessanten kleinen Ausschnitt aus einem monatlichen Magazin gefunden, aus Popular Mechanics. Gibt es heute auch immer noch. Und 1912 hatte Popular Mechanics da mal eine Story, was passiert denn eigentlich jetzt damit, dass wir jetzt so viel Kohle verbrennen? Da haben sich also schon zur Jahrhundertwende die Leute Gedanken gemacht. Und Sie sehen ja, da heißt es The Furnaces of the World, also die Schornsteine der Welt, are now burning about two billion tons of coal a year. Zwei Milliarden Tonnen Kohle. When this is burned, uniting with oxygen, it adds so und so viele Tonnen Carbon dioxide to the atmosphere yearly. Und die Luft wird dadurch eine effektivere Decke für die Erde und wird die Temperatur erhöhen. The effect may be considered in a few centuries. Also richtiger Gedanke, leider aber die Geschwindigkeit des Effekts etwas unterschätzt. Aber was Ihnen das zeigt, ist natürlich, die Diskussion, die wir haben über Klimawandel, ist bei weitem keine neue. Die Idee, dass es das geben kann und dass wir dann Einfluss darauf haben, ist tatsächlich eine alte, auch wenn man die Geschwindigkeit, mit der das eintritt, dieser Effekt, natürlich grotesk unterschätzt hat. Gut, jetzt also, was ist denn überhaupt die Grundlage? Über was reden wir denn her eigentlich? Was ist denn überhaupt das Problem? Das Problem ist, dass wir, wenn wir uns das letzte Jahrhundert etwa angucken, dann sehen wir, dass die globale Durchschnittstemperatur um etwa 0,74 Grad Celsius gestiegen ist. Das können Sie jetzt vielleicht signifikant finden oder auch nicht. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit das vorzustellen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt bei 18 Grad, stehe ich ja auch nicht in der Badehose da und bei 19 Grad irgendwie, dann irgendwie nicht mehr. Also das klingt nach so einem kleinen Unterschied. Das ist richtig, aber dazu muss man natürlich wissen, dass das Klima, das Klima tendenziell über solche Zeiträume sehr konstant ist. Also in einem Jahrhundert, das Klima verändert sich natürlich über längere Zeiträume, da kommen wir gleich noch dazu, aber in so einem kleinen Zeitraum, dass so ein Anstieg so dramatisch ist, das ist, haben wir nicht vorhergesehen, haben wir nicht erwartet. Und was Sie hier sehen, ist hier auf dem linken Graphen sehen Sie also die globale Durchschnittstemperatur. Die rote Linie ist der Fünfjahresschnitt, also auf die rote Linie müssen Sie gucken. Null ist also der globale Durchschnitt und Sie sehen also, dass der globale Durchschnitt seit etwa 70, 80 Jahren und vor allem in den letzten 20 Jahren also dramatisch ansteigt. Und Sie sehen ja, wir sind jetzt schon, wir sind ja jetzt bei der 0,74, also bei der 0,7, da sind wir hier oben bei der Selinie angekommen. Das ist also die globale Durchschnittstemperatur. Eine wichtige Sache, die wir allerdings mitbedenken müssen, ist, die globale Durchschnittstemperatur ist halt genau das, also nämlich eine Durchschnittstemperatur. Das heißt natürlich nicht, dass es überall auf dem Globus 0,74 Grad wärmer geworden ist. Ich hätte Ihnen jetzt gerne eine Animation gezeigt, aber das funktioniert leider immer nicht richtig. Deswegen ist das hier nur der Endzustand. Das ist also eine Grafik, die Ihnen zeigt, wo jetzt, in welchen Weltregionen die Temperatur, wie viel wärmer oder kälter ist gegenüber dem früheren Mittel. Und da sehen Sie also, dass bestimmte Regionen der Welt sich deutlich stärker erwärmen als andere. Also vor allem natürlich hier oben die Arktis, das wissen Sie, die ganzen traurigen Polarbären, das liegt daran. Die Arktis erwähnt sich also deutlich mehr und auch die Antarktis erwärmt sich in bestimmten Gegenden deutlich mehr als der globale Durchschnitt. Sie sehen auch eigentlich so, in manchen Regionen sieht man davon nicht so wahnsinnig viel. Europa ist jetzt nicht dramatisch viel wärmer, aber das hat halt mit dem globalen Durchschnitt. Und Sie sehen sogar, es gibt sogar einzelne Regionen, die sind kälter. Also das mit dem Anstieg der globalen Temperatur ist ein bisschen komplexer als einfach nur überall ist es wärmer. In manchen Orten ist es deutlich wärmer, an anderen Orten nicht so furchtbar viel. Und das ist einer der Teile, weil das ist einer der Aspekte, die es manchmal etwas schwierig machen, dann ein gutes Argument zu finden für Klimawandel, weil es immer wieder Leute gibt, die hier sitzen, die dann sagen, bei uns ist doch alles total normal. Wir haben doch genau die gleiche Durchschnittstemperatur. Stimmt auch, aber global betrachtet eben nicht. Jetzt müssen wir dazu allerdings eins wissen, der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur ist nichts nie dagewesenes. Wenn wir uns mal den Vergleich über Jahrtausende angucken, das sind jetzt Messungen von Leuten, die stellen so Eiskernbohrungen an in der Antarktis und können dann anhand der Bohrungen und anhand dessen, wie viel Eis und Schnee sich da angesammelt hat, können die darauf schließen, wie in vergangenen Jahrhunderttausenden die globale Durchschnittstemperatur war. Die Durchschnittstemperatur sehen Sie oben. Wie viel CO2 in der Atmosphäre war und wie viel Staub sich in der Atmosphäre befindet. Und da sehen wir natürlich eine wichtige Sache. Und zwar, das Klima der Erde unterliegt Zyklen. Das heißt, das ist halt mitnichten jetzt eine Linie, die hier unten irgendwo anfängt, die Temperatur, und dann geht es geradeaus nach oben. Könnte man ja denken, Erderwärmung. So ist es aber nicht. Die Erde durchläuft immer wieder Zyklen der Erwärmung und auch der Abkühlung. Sie sehen sogar, die Abkühlung ist sogar normalerweise dramatischer als die Erwärmung. Also Abkühlungsperioden gehen mal bis minus 8 Grad mit globale Durchschnittstemperatur runter, aber die Erwärmung normalerweise nur so bis 3 oder so. Also wir haben immer wieder so kleinere Eiszeiten. Haben Sie wahrscheinlich auch immer wieder mal gehört irgendwo. Es gab da mal eine kleine Eiszeit vor ein paar Dutzend, tausend Jahren und so weiter. Das heißt also, was wir hier beachten müssen ist, die Erde unterliegt Zyklen. Das Klima der Erde unterliegt Zyklen und deswegen ist es manchmal etwas schwierig, einigen Klimaskeptikern zu verkaufen, dass das A ein Problem darstellt und dass B wieder etwas dagegen machen sollen. Denn was viele Skeptiker des Klimawandels tun ist, die ziehen halt so ein Schaubild hier raus. Funktioniert mein Ding? Nein, das funktioniert nicht. Die ziehen so ein Schaubild raus und sagen dann, ja, ist doch nichts Ungewöhnliches. Okay, die Erde wird halt wärmer, aber haben wir ja in vergangenen Jahrhunderttausenden auch schon gesehen. Ist doch was ganz Normales. Das heißt, die einfache Variante von Klimaskeptikern sind die, die sagen, irgendwie sowas gibt es nicht. Das kann man damit ziemlich leicht widerlegen. Die schwierigere Kategorie sind die, die sagen, ja, sowas gibt es schon, Klimaschwankungen, aber die sind halt nicht menschengemacht. Das sind einfach so die natürlichen Schwankungen des Erdklimas. Und dazu benutzen die normalerweise solche Schaubilder, die das zeigen. Sie sehen also unten nur nochmal, die Skala sind also 400.000 Jahre sind sie auf der linken Seite der Skala. Was Sie allerdings auch schon sehen, ist so ein Stück weit, dass Sie am oberen, am rechten Ende dieser Temperaturskala sehen Sie schon der Ausschlag hier ganz oben, jetzt hoffe ich mal, das funktioniert, der Ausschlag hier ganz oben sieht, und da sind wir jetzt so vielleicht 10.000 Jahre vorher bis zur Jetztzeit, da sehen Sie schon, das hier sieht schon deutlich anders aus als das. Also diese natürlichen Zyklen, die hatten immer einen raschen Anstieg und einen raschen Abfall, relativ rasch, während wir aktuell in der Phase sind, die dann nicht ganz reinpasst. Aber das ist halt nicht jetzt so wumms überzeugend, dass man da nicht mit den, wenn man es anders sehen will, das nicht auch anders sehen könnte. Jetzt sind allerdings ja die Klimaskeptiker nicht die Einzigen, die über das Klima nachdenken. Auch die UN hat sich Gedanken gemacht über den Klimawandel und die das global am meisten akzeptierte Gremium, das über den Klimawandel nachdenkt, das sind die Experten des Intergovernmental Panel on Climate Change, das IPCC. Ich werde heute eine Menge Abkürzungen benutzen, da müssen Sie sich daran gewöhnen. Das IPCC hat jetzt also die gleichen Kurven hier angeguckt und das ist eine Gruppe von mehreren hundert glaube ich Wissenschaftlern, die alle sich über Klimawandel Gedanken machen, hat sich also die gleichen Kurven angeguckt und hat dann im Konsens dieses Gremiums entschieden, das Ausmaß seit den 1950ern, in dem sich das Klima erwärmt, ist beispiellos über die letzten paar Jahrtausende. Also das ist nicht Teil des normalen Zyklus, dass sich die Erde erwärmt. Die CO2 und andere Gase sind so konzentriert wie seit 800.000 Jahren nicht, sagt dieses Panel. Also auch das ist ein Argument dagegen, dass das ein natürlicher Zyklus ist, weil zumindest in den letzten fast eine Million Jahren finden wir keinen anderen Zeitpunkt, keine andere Zeitspanne, in der sich diese Gase so schnell in der Atmosphäre anlagern und die sagen mit typischer Wissenschaftler-Zurückhaltung, wir sind uns zu 95% bis 100% sicher, dass diese Erwärmung nicht nur passiert, sondern auch, dass sie passiert und dass sie Menschen gemacht ist, also anthropogen. Auch das ist wieder etwas, da hängen sich Skeptiker gerne dran auf und sagen dann, haha, ja, aber die 5% habt doch noch nicht überzeugt, deswegen, hier wird ja offensichtlich noch debattiert, das ist ja alles noch nicht abgeschlossen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie allein schon 95% aller Wissenschaftler zu irgendeiner Frage dazu bringen, sich zu einigen, dann ist das im Grunde eine Sicherheit. Also Sie können schon 95% aller Wissenschaftler nicht mal dazu bringen, zu sagen, Pizza ist was ordentliches. Also deswegen, das ist geschweige denn so ein komplexes Problem. Also wenn Sie mal 95% von mehreren hundert Wissenschaftlern in einem Raum versammeln und die sagen, ja, das ist menschengemacht, dann lernen wir, zumindest ich als Wissenschaftler und vielleicht auch Sie an der Uni, dann lernen wir dieser Einschätzung zu vertrauen. Das heißt also, 95% Wahrscheinlichkeit heißt jetzt nicht, naja, es könnte auch ganz anders kommen, sondern Sie sollten sich auf die 95% konzentrieren und nicht auf die 5%. In dem letzten Sachstandsbericht, den das IPCC immer wieder mal rausbringt, schreiben Sie dann also Beobachtungsdaten aller Kontinente und fast aller Meere zeigen, dass viele natürliche Systeme vom regionalen Klimawandel beeinflusst sind, vor allem von Temperatureinstiegen. Also Klimawandel hat natürlich noch mehr Auswirkungen als nur Temperatureinstiege, da kommen wir nachher noch dazu. Und die Wissenschaftler warnen also davor, dass wir irgendwann einen globalen Tipping Point erreichen. Hat irgendjemand das Buch von Malcolm Gladwell gelesen, das Tipping Point heißt? Hat jemand mal reingeschaut? Nein, das ist schade, das ist zwar schon ein paar Jährchen draußen, aber das ist ein interessantes Buch, denn es macht sich Gedanken über bestimmte Zeitpunkte, wo Dynamiken und Prozesse und Systeme umschlagen können. Was heißt das jetzt? Das IPCC warnt also, dass wir mit voller Kraft auf einen Punkt zu brettern, an dem das System, wie es aktuell ist, das System des Klimas auf der Welt, einen Umschlagspunkt erreicht, das also aus dem Gleichgewicht gerät und das heißt deswegen Tipping Point, weil wenn Sie genauso wie Sie Tipping was umschmeißen, dann kann es relativ schwierig sein, das Ganze wieder in den Ausgangszustand zurückzuversetzen. Ich kann jetzt zwar die Flasche aufrichten, aber die Kohlensäure ist trotzdem raus. Das kann ich nicht wieder rückgängig machen. Also die Gefahr an einem Tipping Point ist, dass ich einen Punkt der, so ein Point of no return, also da geht es nicht mehr zurück. Wir können also irgendwann einen Punkt erreichen, wo das Klima so sehr umschlägt, dass wir trotz unserer besten Anstrengungen nicht mehr auf einen vorigen Stand zurückkommen. Das ist die Gefahr an so einem Tipping Point, dass wir einen Punkt erreichen, in dem wir selbst wenn wir alle unsere Öfen und Autos abschalten und sagen, wir essen jetzt nur noch Blätter und Beeren, dann kommen wir trotzdem nicht mehr zurück zu einem vorindustriellen Standard beim Klima. Das ist die Schwierigkeit. Und das Problem, dass wir auf diesen Tipping Point zurauschen, wird noch vergrößert durch zwei besondere Aspekte am Klimawandel, die damit zu tun haben, mit diesen Prozentzahlen, mit diesen Konfidenzintervallen, mit diesen Wahrscheinlichkeiten, die ich Ihnen vorher gesagt habe auf der vorigen Folie. Wir haben nämlich immer noch, sagen wir mal, Schwierigkeiten, oder es ist schwer für uns, bestimmte Prozesse ordentlich zu verstehen und vor allem zu modellieren. Also Klima und Klimawandel sind extrem komplexe Systeme. Das ist Ihnen klar, logischerweise, spätestens dann, wenn Sie den Wetterbericht angucken, und es heißt für morgen Sonne, aber es schifft halt morgen, dann denken Sie auch, Mensch, hätten wir mal mehr verstanden. Jetzt ist Wetter natürlich nicht gleich Klima, aber das zeigt Ihnen, wie schwierig es ist, solche komplexen Systeme zu verstehen, selbst wenn es nur um so relativ billige Dinge geht, wie regnet es morgen. Dann können Sie sich denken, wie schwierig ist es dann, vorherzusagen, ob in 1000 Jahren irgendwelche Gletscher schmelzen. Also der genaue Wirkungszusammenhang zwischen einzelnen Elementen, die alle einen Effekt haben auf Klima, ist immer noch was, wo wir uns bei manchen Stellen nicht ganz sicher sind. Und was dazu kommt, ist, dass solche Effekte oft Rückkopplungen haben. Also die Erde erwärmt sich zum Beispiel, dadurch werden die Meere wärmer, dadurch steigt mehr Wasserdampf auf, was wiederum die Erde wärmer werden lässt. Das ist also so eine Art Zyklus. Der, den ich Ihnen gerade beschrieben habe, der ist sehr einfach zu verstehen, aber es gibt da viel, viel komplexere Rückkopplungen, die es schwierig machen zu antizipieren. Was ist denn hier tatsächlich das Resultat? Das heißt also, es könnte sein, dass es hier Rückkopplungseffekte gibt, die sich gegenseitig verstärken und das System deutlich stärker aus der Balance bringen, als wir das jetzt antizipieren. Und das andere, über was wir uns immer noch nicht so ganz sicher sind, wo wir also immer noch dran rumrechnen und riesige Simulationen laufen lassen, ist halt, was bewirken denn jetzt bestimmte Einflussfaktoren tatsächlich auf das Klima als Ganzes? Also was heißt es tatsächlich für die Welt, wenn jetzt die globale Durchschnittstemperatur um 0,05 Grad ansteigt? So was zu modellieren, ist normalerweise der Job von solchen Leuten, die dann solche Computer für 100 Millionen Euro anschaffen. Also wenn Sie mal gucken, für was so die leistungsstärksten Rechen, die leistungsstärksten Supercomputer der Welt genützt werden, die meisten stehen davon in den USA, wir haben hier auch welche rumstehen in Deutschland, die werden fast alle zum Beispiel, die werden fast alle zur Klimaberechnung eingesetzt. Also die Systeme sind so komplex, dass wir da alle Rechenpower reinstecken müssen, die wir nur haben, um rauszufinden, welche Elemente hier wie verknüpft sind. Wäre das also ein einfacher Zusammenhang, so was wie, naja, Leute sind arm und wir müssen die Wirtschaft liberalisieren und dann löst sich das Problem von alleine. Auch das ist jetzt natürlich flapsig ausgerückt, denn auch das ist hochkomplex. Dann wäre das einfacher. Hier ist aber das Problem, dass die Systeme, die wir versuchen zu verstehen und die die Probleme hervorrufen, extrem komplex sind. Und deswegen sieht das manchmal in der Öffentlichkeit so ein bisschen aus, als wäre Unsicherheit darüber, dass wir Dinge noch nicht so ordentlich prognostizieren können, das Gleiche wie Unsicherheit darüber, ob jetzt Klimawandel tatsächlich passiert. Ich gebe nur ein Beispiel hier, das ist ein Spiegelartikel von vor ein paar Jahren und Sie sehen, wie üblich, ist die Headline, sagt da zwar, Studie entschärft extremste Klimaszenarien und Sie denken sich schon, hu, super Ergebnis. Aber wenn Sie mal in die Studie reinschauen, die der Spiegel da zitiert, dann werden Sie merken, die Studie sagt eigentlich das Gegenteil. Denn die Studie, die hier referenziert wird, sagt zwar, ja genau, wir haben nochmal gerechnet und wir glauben, die allerextremsten Szenarien zum Klimawandel sind weniger wahrscheinlich, jetzt wo wir mehr wissen, wo wir mehr gerechnet haben. aber der globale Anstieg der Durchschnittstemperatur, glauben wir, wird höher ausfallen. Das heißt, wenn man das mal ordentlich liest, müsste man eigentlich nicht die Headline bauen, alles in Ordnung oder extreme Szenarien weniger wahrscheinlich, sondern Durchschnittsszenario, jetzt noch schlimmer. Das wäre die richtige Headline hier. Ja, sehr richtig. Also die Faustregel ist normalerweise, wenn Sie eine Prognose zum Klimawandel sehen, die mehr als fünf Jahre alt ist, dann können Sie davon ausgehen, dass wir mittlerweile Schlimmeres vorhersagen. Also das ist richtig. Das Problem ist aber eben, dass die Systeme komplex sind und dass die Vorhersagen Konfidenzintervalle und Wahrscheinlichkeiten haben und dass vieles davon nicht ganz einfach zu verstehen ist. Und dann kommen halt solche Headlines raus, wo wir dann alle sagen, na gut, okay, kann ich mir ja doch noch einen Diesel anschaffen. Wo wir ja genau das Gegenteil machen sollten. Und das sorgt natürlich auch für Kooperationsprobleme. Wir kommen dann nachher noch beim Konstruktivismus drauf zu sprechen. Aber die Tatsache, dass es a, das Problem schwer zu verstehen ist und b, auch die Zusammenhänge, die zu dem Problem führen, komplex sind und schwer zu verstehen sind, die machen es deutlich schwieriger, da zusammenzuarbeiten. Weil man sich ja über alle möglichen Dinge nicht einig sein kann. Gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Exkurs, damit wir überhaupt mal verstehen, woher das Ganze kommt. Das ist jetzt also der Treibhauseffekt. Was ist der Treibhauseffekt? Sie wissen natürlich, dass es den gibt und Sie wissen auch, dass er die Erde wärmer macht. Vielleicht wissen Sie nicht ganz genau, wie der funktioniert. Erderwärmung, wie ich es vorher bei dem Schaubild schon gezeigt habe, passiert sowohl natürlich als auch menschengemacht. Also anthropogen. Anthropogen heißt nichts anderes als durch Menschen verursacht. Der Treibhauseffekt ist prinzipiell erstmal nichts Furchtbares. Ohne einen Treibhauseffekt hätten wir auf der Erde eine globale Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Das heißt, das wäre hier alles so Eisplanet und wir würden, wenn wir irgendwie, wenn es irgendwie funktioniert, würden wir irgendwelche Yetis jagen oder so oder, oder, oder Jaks, aber ganz sicher nicht Yetis. Warum Yeti? Es ist Dienstag, ja. Würden wir irgendwelche Jaks jagen, aber hier würde auf alle Fälle mal nichts wachsen. Wir hätten völlig andere Vegetation. Also es wäre allgemein unwahrscheinlich, dass ich hier überhaupt Leben, wie wir es kennen, gebildet hätte. Der Treibhauseffekt, der natürlich vorkommende Treibhauseffekt, der erhöht diese Temperatur auf plus 14 Grad Durchschnittstemperatur. Da sind wir jetzt global. Die Erde ist also global, hat eine globale Durchschnittstemperatur von plus 14 Grad und ohne den natürlichen Treibhauseffekt wären es minus 18. Und wir wären alle nicht hier. Der Treibhauseffekt hat deswegen ein bisschen einen unglücklichen Namen, weil ein echtes Treibhaus erwärmt sich durch zwei verschiedene Mechanismen. Und die zwei verschiedenen Mechanismen, die Sie in einem Treibhaus haben, wenn Sie Ihre Tomaten pflanzen, die sind Konvektion und Reflektion. Was heißt das? Konvektion heißt nichts anderes, als dass die warme Luft, die Sie drinnen erzeugen, die kann nicht raus, weil das Glashaus logischerweise von Glas umschlossen ist. Das ist genau der gleiche Effekt, wenn Sie Ihr Haus heizen und dann machen Sie das Fenster auf, dann geht die schöne warme Luft alles nach draußen. Das wollen Sie nicht. Sie wollen also die Zirkulation von warmer und kalter Luft unterbinden und eigentlich nur warme Luft drinnen halten. Das ist Konvektion. Das ist bei einem Treibhaus extrem wichtig. Und da gibt es aber einen zweiten Mechanismus, der heißt Reflexion. Was Reflexion bedeutet, ist nichts anderes als das Glas. Wenn Sie ein Glas haben, eine Glasscheibe, dann kann das Licht der Sonne ungehindert da durchfallen, sonst wäre es bei Ihnen ziemlich dunkel zu Hause. Aber die abgestrahlte Wärmestrahlung, also die Infrarotstrahlung eigentlich, von den Dingen im Haus, die wird vom Glas reflektiert, zurückgeworfen. Deswegen Reflexion. Also sprich, das sind zwei verschiedene Mechanismen hier. Das eine ist, in dem Glashaus ist der wichtigere Mechanismus die Konvektion. Da ist also wichtiger, dass Sie einfach da so eine Hülle drumherum haben, ähnlich wie Sie sich die Bettegel über den Kopf ziehen und da wird es warm. Dass Sie also einfach da warme Luft drinnen halten. Auf der Erde allerdings ist die Reflexion der wichtigere Mechanismus. Das heißt also, auf der Erde ist der wichtigere Mechanismus, dass da Strahlung reingeht, aber dann die abgestrahlte, die zurückgeworfene Wärmestrahlung nicht mehr raus kann. Was das also heißt, effektiv ist, Sie sehen hier auf der linken Seite fällt also die Wärmeenergie der Sonne hier rein. Ein Teil dieser Wärmeenergie, der wird sofort von der Atmosphäre reflektiert. Also deswegen gibt es, das ist der Job von Wolken und anderen Gasen in der Atmosphäre, hier einen Teil der Wärmestrahlung zurückzuwerfen. Dann kommt ein Teil der Strahlung auf der Oberfläche an. Die Oberfläche, natürlich wie Sie das kennen, wenn Sie mal in der Sonne lagen, dann wird Ihre eigene Haut auch warm. Das ist nichts anderes als die Rückstrahlung dieser Sonnenenergie. Dann wird die zurückgeworfen und dann von den Wolken gleichermaßen wieder auf die Oberfläche zurückreflektiert. Also das hier ist der, und das hier ist der wichtigere Mechanismus auf der Erde. Die Erde funktioniert also nicht ganz wie eine Decke in einem bequemen Bett, sondern funktioniert darüber, dass langwellige Strahlung reinfällt, kurzwellige Strahlung reinfällt und langwellige Strahlung zurückgeworfen wird. Den Effekt können Sie immer dann sehen, wenn Sie merken, dass ein klarer Wintertag normalerweise deutlich kälter ist als ein bewölkter Wintertag. Klarer Wintertag heißt nichts anderes, als dass die ganze Wärmestrahlung, die von der Erde reflektiert wird, ungehindert wieder in die Atmosphäre zurück kann, während Wolken das so drunter halten. Das ist der Effekt von Reflexion. In der Atmosphäre gibt es eine ganze Reihe von Gasen, die das machen, die also sowohl Strahlung zurückwerfen, als auch Sonnenstrahlung reflektieren. Da ist einfach unser guter alter Wasserdampf dabei. Also Wasserdampf heißt nichts anderes als Wolken machen das. Allerdings auch Kohlenstoffdioxid, CO2, das wissen Sie alle, dass das ein Treibhausgas ist und auch Ozon. Da sind Sie alle noch ein bisschen zu jung dafür, aber als ich noch kleiner war, da war in der Tagesschau jede dritte Woche irgendwie ging es ums Ozonloch und sowas. Mittlerweile ist das nicht mehr so das Riesenproblem, das haben wir offensichtlich ganz gut bewältigt auf internationaler Ebene, aber Ozon ist trotzdem ein Treibhausgas, Methan, das kommt aus Kühen. Ich überlasse Ihnen das mentale Bild. Also Kühe erzeugen Methan und das ist ein sehr, sehr wichtiges Treibhausgas. Normalerweise spart man sich aber diese ganze Komplexität, dass es da mehrere verschiedene Gase gibt, die alle als Treibhausgase wirken und sagt einfach, drückt Dinge einfach in CO2-Äquivalenzen aus. Das heißt, wir stellen uns einfach vor, alle Gase wären CO2, da haben wir eine bestimmte Zahl und da drücken wir Emissionen normalerweise nicht danach aus, dass da jetzt so und so viel CO2 und so und so viel H2O und so und so viel Methan ausgestoßen werden, sondern halt einfach alles in CO2-Äquivalenten. Es ist einfacher, das ist wie eine Währung. Okay, also so funktioniert der Treibhauseffekt. Das heißt also, Konvektion und Reflexion, auf der Erde ist es vor allem die Reflexion, die hier wichtig ist und die Reflexion wird befördert dadurch, dass bestimmte Gase in der Atmosphäre sind, die das tun. Was hat der Treibhauseffekt jetzt für, was hat der Treibhauseffekt für Effekte? Das soll ich nicht sagen. Meine Entschuldigung für alle, die farbenblind sind leider. Das ist, ich habe die Skala leider angepasst an dem, wie die Karte hier funktioniert. Was hat jetzt also der Treibhauseffekt für Auswirkungen? Das hier ist jetzt eine wilde Prognose. Das ist deswegen eine wilde Prognose, weil Sie jetzt in diesem Schaubild mal einen Versuch finden, ein Modell zu errechnen, wie die Welt aussehen würde, wenn sie vier Grad wärmer wäre im globalen Durchschnitt. Erinnern Sie sich, wir sind aktuell bei 0,74 oder vielleicht mittlerweile bis 0,75. Das wäre eine Welt, die vier Grad wärmer ist. Das ist jetzt zwar ein extremeres Modell, aber kein komplett unmögliches. Wie würde die Welt aussehen? Die würde ziemlich interessant aussehen. Die großen urbanen Zentren, die großen Städte, die großen Orte, wo wir alle leben und auch da, wo Landwirtschaft noch möglich ist, die verschieben sich alle immer weiter nach Norden. Das heißt, hier Sibirien, Kanada und Alaska wären so unsere fantastischen Orte zum Himmziehen, weil es da nicht nur A, noch was zu futtern gibt, sondern man sich B, auch noch ganz ordentlich draußen aufhalten kann. Und die sind natürlich deswegen bei einem 4 Grad Temperaturanstieg besser für uns, weil die jetzt aktuell kalt sind und wenn sie sich erwärmen, wird das ganze Landwirtschaft nur landwirtschaftlich und für sonstige Zwecke nutzbar gemacht. Gelbe, in gelb markierte Flächen sind komplett unbewohnbare Wüsten. Da wächst nichts, gleich. Ich erkläre die Legende zu Ende und dann können Sie nochmal die Hand heben. Es ist also unbewohnbare Wüste, da wächst also nichts, da ist es einfach zu heiß, da versiegt das Wasser, da kann man auch keine Dinge mehr anpflanzen. Die braunen Gebiete sind so ein bisschen ähnlich, auch da kann man nicht mehr so wirklich leben, aber das liegt in den Gebieten mehr daran, dass da Dürren herrschen oder dass da extremes Werte herrscht, in denen man sich nicht mehr aufhalten kann. Dunkelgrün, einige Modelle sagen vorher, dass einige Regionen grüner werden könnten, dadurch, dass es da einen Klimaanstieg gibt, zum Beispiel Teile der Sahelzone oder hier der Westen Australiens. Sehen Sie also hier, das sind so die Gebiete, die könnten jetzt, die sind jetzt nicht grün, aktuell könnten dann aber grün werden. In rot markiert, sehen Sie an den Rändern dieser Karte, in rot markiert, ja, Friede ihrer Asche, liebe Niederländer, in rot markiert sind alle, sind alle Gebiete, die ans Meer verloren gehen, durch den Meeresanstieg bei 4 Grad Temperaturanstieg. Und Sie sehen ja nicht nur, also interessant wird es natürlich bei den Bevölkerungszentren hier an der Ostküste der USA, aber natürlich Europa, diese ganzen Bereiche sind alle extrem dicht besiedelt, was das angeht. Und dann haben wir noch, das ist in die Karte noch mal eingebaut, wir haben hier, der eine positive, der eine positive Aspekt ist, dass wir gutes Potenzial haben, Solaranlagen irgendwo hinzustellen. Ja, schön, das können wir da machen, wo es die blauen Punkte gibt. Die braunen Punkte sind irgendwie Geothermalenergie, also das, was die Isländer jetzt gerade machen und ein bisschen Windkraft gibt es auch noch. Ja, aber was Ihnen das Schaubild eben zeigen sollte, ist, die Welt bei einem dramatischen Temperaturanstieg ist absolut nicht wiederzuerkennen. Und was das auch heißt, ist das, gucken Sie mal, überlegen Sie sich mal, wo auf der Karte leben aktuell die meisten Menschen. Ja, hier, da, da. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das hier im Grunde alles nicht mehr bewohnbar. Und die Leute werden irgendwo hingehen. Das heißt also, das ist eine dramatisch veränderte Welt, zumindest laut dieser Modellrechnung. Ja, jetzt hatten Sie eine Frage, glaube ich. Ja, das war mal eine Frage, das war Punkt in der Vorstellung. Ja. 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 Genau. Ja, tut's auch. Das Problem ist aber, dass der Reflexionseffekt größer ist als der, also der Reflexionseffekt von der abgestrahlten Wärme der Erde, also diese Seite, der ist durch die gleichen Gase stärker als der, als das reflektierte Sonnenlicht von der Sonne. Wenn das natürlich neutral wäre, praktisch, wenn die Gase genauso viel reflektieren, wie sie unten wärmer machen, dann hätten wir keine Erwärmung. Das wäre natürlich günstig, das ist aber leider nicht so. Die sind stärker wirksam bei der Reflexion der Wärmestrahlung, als sie bei der Reflexion der Sonneneinstrahlung sind. Daran liegt das. Beantwortet das die Frage? Ja. Okay. Gut, also Sie sehen, was hier für absolut epische Veränderungen auf die Welt zukämen, würde dieses Modell eintreten. Gut, jetzt können wir nachdenken darüber, wenn wir erfasst haben, woran liegt das, also was ist das Problem und wie entsteht es, müssen wir natürlich darüber nachdenken, wer macht das Problem denn? Wer verursacht das Problem? Das sind leider keine ganz aktuellen Zahlen mehr. Also in 2009 ist das letzte Mal, dass ich diese wunderschöne Grafik gefunden habe. Was heißt diese Grafik? Diese Grafik zeigt die Welt, wenn jede, wenn die Fläche jedes Landes proportional skaliert ist dazu, was für einen Beitrag es leistet zum globalen CO2-Ausstoß. Also wenn Sie proportional eine Menge leisten zum globalen CO2-Ausstoß, dann wird Ihre Länderfläche vergrößert und die Tatsache, warum Afrika hier die ganz schlanke Taille hat, liegt daran, dass natürlich Afrika proportional gesehen ganz, ganz, ganz wenig verursacht. Also die sind sehr geringe Verursacher der globalen Erderwärmung, weil sie wenig Industrie haben und deswegen auch wenig CO2 ausstoßen. Und was wir natürlich auch sehen, sind ein paar Dinge. A, das Land, was wir erwartet hätten, die USA, die sehen wir da auch ganz gut. Die Tatsache, dass die USA hier nach vergrößert, verzerrt sind, also die USA sehen so ein bisschen fett aus hier, das liegt daran, dass sie eben eine Menge verursachen, also mehr als ihr Anteil an der Weltbevölkerung wäre. China hätten wir vielleicht auch erwartet, weil wir da einfach wissen, das ist ein großes Land. Auf der anderen Seite allerdings Japan. Schauen Sie sich mal an, wie das hier verzerrt ist. Das hat natürlich durch seine Hochindustrialisierung einen guten Anteil daran. Europa sehen wir leider auch ganz gut wieder hier. Unter anderem auch interessanterweise, gerade die kleineren Staaten sind hier überproportional vertreten, weil die proportional zu ihrer Bevölkerung relativ viel CO2 ausstoßen. Und dann, was Sie auch noch sehen, ist hier der Golf. Vielleicht überrascht es Indien so ein bisschen, ich weiß nicht, aber auch Indien trägt ganz ordentlich zum Klimawandel bei. Also Sie sehen hier, Klimawandel ist eigentlich, die Verursachung von Klimawandel ist eigentlich eine regionale Story. Und zu dem Thema werden wir auch immer wieder mal zurückkommen, jetzt heute durch die Vorlesung. Sagen Sie noch mal? Ja, sehr richtig. Das ist Südkorea. Also die Frage ist, was ist dieses missgebildete Ding hier? Das ist Südkorea und das ist Taiwan. Also da sehen Sie zwei Staaten, die eben, und Nordkorea, sehen Sie auch, das spielt keine große Rolle, logischerweise. Also da sehen Sie, an der Verzerrung, also je stärker das verzerrt ist nach oben, desto mehr verursacht das proportional zur eigenen Bevölkerung. Okay, also gucken wir uns das noch mal ein bisschen systematisch an. Wenn wir uns mal den Gesamtausstoß angucken, also wie viel einfach in Milliarden Tonnen spuckt dieses Land an CO2, also an Treibhausgasen aus, an CO2-Äquivalenten. Die haben natürlich noch mehr Gase als nur CO2, aber Sie wissen ja, wir drücken das in CO2-Äquivalenten aus. Dann ist, wie Sie das vielleicht erwartet hätten, das sind Zahlen von 2013, das waren die aktuellsten, die ich finden konnte. Dann ist China bei weitem natürlich der global größte Emitter von CO2. Das ist jetzt keine große, ist jetzt vielleicht keine große Überraschung. China ist einfach A, ein Riesenland und hat dementsprechend auch eine riesige Industrie und vor allem eine ordentliche Schwerindustrie und andere Dinge. Also die sind noch nicht so hoch technologisiert, so an Dienstleistungen orientiert, wie Europa zum Beispiel. Die USA werden Ihnen wahrscheinlich auch gleich eingefallen, als großer Klimasünder und da haben Sie auch recht, die stoßen ziemlich viel aus, aber gucken Sie mal, wer an der Stelle 3 ist. Da hatten Sie Indien wahrscheinlich nicht erwartet. Also Indien hat ein ähnliches, da tritt ein ähnlicher Effekt ein wie für China. Das ist halt ein sich neu industrialisierendes, stark entwickelndes Land. Dazu haben Sie eine Riesenbevölkerung und beides gemeinsam sorgt dafür, dass die ziemlich viel CO2 emittieren. Erst danach kommen dann so die klassischen Industrienationen und die üblichen Sünder wie Japan und Deutschland, aber gucken Sie sich zum Beispiel mal den Mini-Balken von Deutschland an verglichen mit dem Balken von China, was jetzt den Beitrag zum CO2-Ausstoß angeht. Und danach finden Sie ein paar Länder, die Sie vielleicht auch nicht ganz so erwartet hätten. Südkorea hatten wir gerade schon, das ist ja auch mit drauf, aber die Iran ist zum Beispiel hier dabei. Oder Saudi-Arabien. Das sind ölproduzierende Länder. Da kostet der Sprit nichts. Dementsprechend trägt man ordentlich zum CO2-Ausstoß bei. Jetzt ist das aber natürlich eigentlich eine unfaire Grafik, könnten Sie einwenden, weil das ist ja der Gesamtausstoß. Das nimmt ja nicht mit, wie groß das eigentliche Land ist. Es ist ja klar, dass ein Land mit sehr viel mehr Einwohnern auch mehr CO2 ausstoßen sollte. Also ist vielleicht der bessere Messwert, den wir uns angucken sollten, der Pro-Kopf-Ausstoß. Und jetzt gucken Sie mal, wie sich das hier verändert. Ich gehe noch mal vor und zurück. Die Abfolge der Länder auf der Skala unten ist identisch. Also China links, UK rechts. Gehe noch mal vor und zurück. Und dann sehen Sie mal, was da so passiert. Was da auch passiert ist, dass Sie sehen, jetzt entspricht das vielleicht mehr Ihrem Weltbild darüber, wer so den großen Anteil am Klimawandel hat. Da sind die USA natürlich ganz vorne dabei, aber Saudi-Arabien ist bei weitem pro Kopf der größte, hier in der Grafik zumindest, hier hat den größten Pro-Kopf-Ausstoß. Die Industrienationen gehen dramatisch nach oben mit ihren Balken, Japan, Deutschland und so weiter. Und China ist plötzlich nur noch ein Balken, der etwa so groß ist wie das UK. Also wie Großbritannien. Das heißt also, wenn wir das mit übereinanderlegen, dann sehen wir da einen weiteren Aspekt dieser Story zum Klimawandel. Nämlich, dass die Länder, die zwar total gesamt gesehen zum Klimawandel ordentlich was beitragen im CO2-Ausstoß, sind halt leider, vielleicht gut, wer weiß, machen wir uns nachher nochmal Gedanken drüber, sind halt nicht auch die, die pro Kopf besonders viel beitragen. sondern so ein Land wie China mit seinem relativ niedrigen Pro-Kopf-Ausstoß trägt halt deswegen zum Klimawandel bei, weil das ein riesiges Land ist, mit 1,2 Milliarden Menschen. Das heißt also, die Länder, die eine Menge pro Kopf ausstoßen, könnte man sagen, die haben vielleicht auch die größten Einsparpotenziale. Also wenn jetzt jemand in Deutschland zum Beispiel seinen CO2-Ausstoß, also pro Kopf, wenn sie ihren eigenen CO2-Fußabdruck um 10% verringern, ist das viel mehr wert fürs Klima, als wenn jemand in China seinen Fußabdruck um 10% verringert, weil der Pro-Kopf-Ausstoß viel kleiner ist. Jetzt können wir uns ja gemeinsam mal Gedanken machen, wiederum, und ich war schlau genug, um das nicht schon auf ihre Folien zu drucken, wir können jetzt mal gemeinsam Gedanken machen, wo glauben wir denn, sitzen denn die Klimasünder? In dem vorigen Schaubild, da haben Sie gesehen, Saudi-Arabin, der war schon mit drin, aber denken wir doch mal die gemeinsame darüber nach, das sind jetzt Zahlen von 2014. Was ist das Land der Welt und zumindest Nummer 1 sollten Sie kennen, vielleicht auch Nummer 1 bis 3, was ist denn das Land der Welt, das den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß aufweist, weil Sie die Leute am meisten CO2 raushauen und am wenigsten jetzt aufs Klima achten. Sie sagen die USA. Die USA, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, sind nicht Nummer 1. Aber es ist ein wichtiger Hinweis, die USA sind immerhin in den Top 10. So viel kann ich Ihnen sagen. Was haben Sie für einen Vorschlag? Okay, Sie haben den Vorschlag Saudi-Arabien, Saudi-Arabien leider auch nicht Nummer 1, aber Sie gehen in die richtige Richtung. Ja? Indien? Nein, Indien leider nicht. Wir reden hier über den Pro-Kopf-Ausstoß. Wichtig, nicht über den Gesamtausstoß, sondern den Pro-Kopf-Ausstoß. Ja? Katar, fantastisch. Wie kamen Sie auf Katar? Sehr richtig. Es ist ein, also was wir suchen, sind hier eigentlich kleine Länder, die vielleicht mehr Industrie oder Ausstoß haben, wie wir erwarten würden. Also tendenziell eher vielleicht reichere Länder. Katar ist also Nummer 1, sehr richtig. Haben wir den Vorschlag für Nummer 2? Ne, das können wir abkürzen. Das kommen Sie nie drauf. Was ist Nummer 2? Okay. Bahrain ist in den Top 10, also merken Sie es mal. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch in den Top 10. Sie sehen schon, sie machen sich alle über die gleiche Weltregion Gedanken, aber eigentlich ist Nummer 2 in einer ganz anderen Weltregion. Ja, ja, ich weiß, es ist nicht nur zum Trinken. Ja, ja. Curaçao, also eine Mini-Nation in der Karibik, hat also einen riesigen Pro-Kopf-Ausstoß. Warum ist das so? Die ganzen Karibik-Staaten sind alles frühere Kolonien und frühere Kolonien ist oft gemein, dass die eine relativ veraltete Wirtschaft haben. Das heißt, Curaçao hat einen ziemlich alten und ineffizienten industriellen Sektor. Die produzieren aber schon was, was dann dazu führt, dass man gemeinsam mit der sehr kleinen Bevölkerung dann plötzlich einen riesigen CO2-Fußabdruck hat. Also deswegen, Curaçao ist an Nummer 2. An Nummer 3 noch jemand aus der Weltregion, nämlich Trinidad und Tobago. Ja, ich weiß, das sind so Dinge, die kennt man nur als Briefmarkensammler normalerweise. Nummer 4, da kommen wir jetzt tatsächlich in der Weltregion an, die Sie alle meinten, Kuwait. Nummer 5 ist jetzt Bahrain. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist, dass in den Top 5 sind mal drei Golfstaaten, die hätten wir da erwartet und vielleicht zwei Staaten, die sind mehr so ein bisschen Ausreißer. Bei uns ist wahrscheinlich allen bewusst, dass Curaçao zwar natürlich pro Kopf einen riesen Ausstoß hat, aber das ist wahrscheinlich nicht in Curaçao liegt, wenn die Regenwälder zugrunde liegen, zugrunde gehen, weil die eben gesamt wenig Ausstoß haben. Wer sind die restlichen Top 10? Vereinigte Arabische Emirate, Brunei, auch ein ölfördernder Staat in Südostasien, Luxemburg, Europa kommt auch mal vor in den Top 10. Das liegt natürlich am gleichen Aspekt wie bei den anderen Ländern hier. Und dann kommen die USA übrigens an Platz 9. Luxemburg als ein Land mit einer relativ kleinen Bevölkerung und wenn man dann halt ein paar Fabriken hat, dann geht sofort der CO2-Ausstoß pro Kopf dramatisch nach oben. Ein Land, von dem ich selber kaum was wusste, war Neukaledonien an Nummer 10. Neukaledonien ist eine frühere französische Kolonie. Wenn Sie es noch nie auf dem Atlas nachgeschaut haben, das liegt irgendwo zwischen Neuseeland und Australien und 25 Prozent der globalen Nickel-Vorräte liegen auf diesem einen Schrottland da. Ja, also das ist so ein Inselchen im Part... Ja, Entschuldigung, ich sollte nicht... Ich mache kein Neukaledonien-Bashing. Also Neukaledonien hat eine ressourcenextrahierende Industrie und weil die auch wiederum eine kleine Bevölkerung haben, haben wir einen großen Pro-Kopf-Ausstoß. Frage, ja? Wahrscheinlich habe ich da andere Zahlen dafür. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe, glaube ich, für beide Schaubilder nicht die gleichen Datenquellen benutzt, und das kommt ein bisschen darauf an, wie man das berechnet. Also die Top 10, die finden Sie auch oft nochmal unterschiedlich. Also unterschiedliche Seiten geben Ihnen da unterschiedliche Top 10. Was Sie sich hier mitnehmen sollten, wäre deswegen auch eher, wo liegen die denn oder was zeichnet die alle aus? Jetzt mehr als, okay, das sind die 10, weil das kann man logischerweise auch anders berechnen. Ja? Ja, ist oft so. Genau, also in vielen großen Statistiken tauchen da diese Kleinststaaten gar nicht erst auf, weil man eben sagt, naja, das macht eigentlich keinen Sinn, über den Klimawandel nachzudenken und dann diskutieren wir alle über Curaçao. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, dass man eben den Pro-Kopf-Ausstoß auf sehr unterschiedliche Weisen hinkriegen kann. Gut, das sind also die Top 10 der wahrscheinlich nicht der schlimmsten Klimasünder, aber zumindest die Staaten vielleicht, die das höchste Einsparpotenzial pro Kopf haben. Gut, und wenn wir uns jetzt noch auf eine letzte Art angucken, dann können wir mal die Welt ein bisschen in Gruppen auseinandernehmen, statt hier nur so Top 10 anzugucken, dann sehen wir nicht nur A, wie Sie das vielleicht erwartet hatten, hat natürlich, haben die hohen, haben die Länder mit hohem Einkommen, also die High-Income-Countries, haben natürlich einen großen Anteil am CO2-Ausstoß, aber bei weitem nicht den größten, den bei weitem größten Ausstoß an CO2 der kommt aus den Middle-Income- Countries, also solchen Ländern wie China, Indien, Brasilien, also so die lustigerweise gerade so die BRIC-Staaten, die Staaten in der zweiten Reihe. Und die Low-Income-Countries, also jetzt so ihr Burundi oder sowas, ihre Seychellen, die machen hier eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Selbst große Länder mit kleinem Einkommen haben in dem Kuchen hier kaum einen Anteil. Und wenn wir es geografisch angucken, dann sehen wir auch, das meiste CO2 weltweit wird tatsächlich in Ostasien und den Pazifik erzeugt, nicht in Europa und auch nicht in Nordamerika. Beide andere Regionen sind natürlich wichtige Beiträger, aber selbst wenn sie Nordamerika und Europa zusammennehmen, kommen sie noch nicht auf den Anteil am CO2-Ausstoß, den Ostasien und der Pazifik erzeugt. Und Sie sehen auch, bei wem es keinen Sinn macht, eigentlich darüber nachzudenken, was die jetzt für den Klimawandel tun könnten, zum Beispiel Sub-Sahara-Afrika. Das heißt also, was wir sehen können an diesen unterschiedlichen Verteilungen ist, das größte Einsparpotenzial in dem Sinne von, wo wir den Pro-Kopf-Ausstoß am größten senken können, der besteht natürlich in den Industrienationen. Der globale Norden oder den Westen, wenn Sie das so nennen wollen. Westen funktioniert deswegen nicht, weil dann natürlich auch Australien und Japan und sowas dazu gerechnet werden müssen. Und wenn wir das wissen, dass die Regionen das größte Einsparpotenzial haben, dann sollten wir natürlich, dann könnten wir auch annehmen, dass es ein bisschen unfair ist natürlich, auch von Burkina Faso zu verlangen, dass Sie doch jetzt bitte Ihre Emissionen um 10% reduzieren sollten. Weil wir wissen, dass der Anteil von Burkina Faso gesamt einfach so niedrig ist, dass das kaum einen Unterschied macht. Das Problem daran ist aber, dass es einige Länder des globalen Südens gibt, die müssen bei der Problemkämpfung dabei sein, weil die schlicht durch ihre schiere Größe einen riesigen Effekt auf das Klima haben. Das heißt, bei denen geht es nicht, denen muss man das also nicht so verkaufen, dass sie ihren Pro-Kopf- Ausstoß nötigerweise so stark reduzieren müssen, sondern da muss man eben sagen, naja, das sind einfach Riesenländer, die durch ihre schiere Größe eine Menge beitragen. Das heißt also, vor diesem Hintergrund können Sie ja mal so ein bisschen überlegen, wie kann da Klimagerechtigkeit aussehen? Wie kann man da gerechterweise Verpflichtungen und Rechte jetzt auf der Welt verteilen? Wir könnten natürlich sagen, der Westen, der globale Norden macht es alleine, aber das würde nicht viel ausmachen, weil wir dann ja gerade diese Nationen, die eine Menge am CO2-Ausstoß Anteil haben, wie China, Indien, Brasilien und so weiter, weil wir die eben dann nicht dabei hätten in so einem Deal. Gut, das also zum, woher das Problem kommt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Ritt durch die Geschichte des Klimawandels, beziehungsweise nicht einfach nur die Geschichte, sondern durch die institutionelle Geschichte des Klimawandels. Also wie ist das auf internationaler Ebene bearbeitet worden, dieses Problem? 1957 gab es das sogenannte internationale geophysikalische Jahr, wo uns allen aufgefallen ist, ach ja, wir leben ja auf der Erde, wir sollten wahrscheinlich mal mehr darüber verstehen, wie das so funktioniert hier. Da sind die ersten Eiskernbohrungen durchgeführt worden und man hat festgestellt, Moment mal, Klima ist ja gar nicht konstant, sondern unterliegt Fluktuationen und wir haben auch das Gefühl, dass es jetzt hier neue Fluktuationen gibt, die es früher noch nicht gab. Etwa 20 Jahre später, also Sie sehen, die Mühlen mahlen langsam, etwa 20 Jahre später hatten wir die erste sogenannte Weltklimakonferenz in Genf, wo dann auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber veröffentlicht wurden, was man bei diesen Bohrungen und bei den anderen Untersuchungen so gefunden hat, dass es also einen Klimawandel gibt und dass man aufpassen muss, dass das Ganze nicht zu schlimm wird, also dass man frühzeitig dagegen agieren muss. 1988 gab es das International Intergovernmental Panel on Climate Change, also das IPCC, dieses Expertengremium, in dem die Mitglieder jetzt als Experten drin sind und nicht mehr als Ländervertreter, das heißt, es ist so eine Art, soll so eine Art neutrales Wissenschaftlergremium sein. Sie sehen auch, das Ding gibt es jetzt seit 30 Jahren und die haben fünf Sachstandsberichte rausgebracht, also können wir ein bisschen, jetzt könnte alles ein bisschen schneller gehen, ja, also halt sechs Jahre pro Sachstandsbericht. Der erste Bericht allerdings, das IPCC sorgt gleich für große Aufregung auf der Welt, ist von Ihnen irgendjemand vor 1990 geboren? Wahrscheinlich nicht, ne, also hier, das heißt also, der erste Bericht verursacht ein Riesenaufsehen und war damals in allen Nachrichtensendungen, weil es da eben ganz klar und unambig hieß, der, der, es gibt Klimawandel, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen gemacht und wir müssen da was dagegen tun und vielleicht auch so ein Stückchen, wir können da was dagegen tun, ja. In der Folge dessen gab es dann 1990 bis 1992 die ersten Verhandlungen auf UN-Ebene, in der man eben einsah, okay, Klimawandel ist real, wir müssen dagegen arbeiten und was man dabei verabschiedete, war die erste Klimaschutzrahmenkonvention. Ich kriege das immer, ich sage immer Klimarahmenschutzkonvention oder irgend sowas, ist es nicht, die Klimaschutzrahmenkonvention, die UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change, ne, die müssen Sie kennen, die ist über zwei Jahre verhandelt worden und dann 1992 auf dem sogenannten Erdgipfel in Rio, auch das war ständig in den Nachrichten, auf dem sogenannten Erdgipfel in Rio angenommen worden. Auf der nächsten Folie sage ich noch ein bisschen mehr zu dem Erdgipfel. Das war so der erste globale Gipfel, wo es wirklich nur um Umweltprobleme ging und um die Frage, nicht nur was sind diese Probleme, sondern auch wie kann man sie bekämpfen. Der Erdgipfel hat auch noch mehr Sachen verabschiedet, ich sage auf der nächsten Folie gleich noch was dazu. Und im Nachklang zu der United Nations Framework Convention on Climate Change, das wurde nicht nur unterschrieben und dann haben sie alle in die Schublade gelegt, sondern es gab da einen Prozess, der danach folgte, in dem sich die Mitgliedstaaten dieser Konvention, die sogenannten Partys, dann in der Conference of the Parties, COP abgekürzt, immer wieder mal trafen und übernachdachten, wie implementiert man diese Konvention denn jetzt? Was, wenn wir eingestehen, dass es Klimawandel gibt, was tun wir dagegen und welche Ziele vereinbaren wir? Und auf der allerersten Konferenz, die in Berlin stattfand, wurde dann das sogenannte Berliner Mandat erteilt, in dem man sagte, okay, diese Framework Convention ist bislang unverbindlich und wir wollen jetzt was erarbeiten, was verbindlich ist, wo sich Staaten also dran halten müssen. Das Ganze wurde also katalysiert von diesem Erdgipfel in Rio und da war also ein absolutes globales Ereignis, da war man wochenlang in den Nachrichten, kann ich mich erinnern, war da nichts anderes zu hören irgendwie als dieser Erdgipfel in Rio, da traten hunderte Regierungschefs auf, wie Sie das da sehen, da gab es dann alle möglichen Panels und Verhandlungen und sonstigen Dinge, also das war klar, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und diese Konferenz war also fast schon ungewöhnlich produktiv. Das ist unter anderem auch so die Zeit, als die Grünen mal so richtig so an Fahrt gewannen. Das war also so die frühen 90er, wo uns allen dann auffällt, wir können nicht immer nur zur Love Parade gehen, wir müssen auch die Erde schützen. Das hat man am Erdgipfel deswegen gut gesehen, weil die nicht nur diese Framework Convention on Climate Change verabschiedet haben, sondern zusätzlich noch eine Konvention über die Biodiversität, also wie stellen wir die Artenvielfalt sicher, wie stellen wir sicher, dass wir nicht ständig, während ich jetzt geredet habe, haben wir garantiert schon wieder ein paar Tierarten verloren auf der Welt, also nicht kausal zusammenhängen. Ich kann nicht, es hört nicht auf, wenn ich aufhören zu reden, aber irgendwie jede Stunde gehen irgendwie drei Tierarten verloren oder sowas. Dagegen sollte sich das auch wenden, eine Deklaration zum Schutz des Waldes, daran erinnern Sie sich nicht mehr, ich erinnere mich da noch ganz gut, dass Waldsterben oder auch im englischen Raum the Waldsterben ein ganz wichtiger Aspekt war, das haben wir Deutschen erfunden, die Idee, dass also unser geliebter Wald, der deutsche Wald zugrunde geht am Klimawandel und am sauren Regen und allem. Also auch dazu, zu dem konkreten Problemfeld, sollte das was machen und eine Konvention zu bekämpfen, der Wüstenbildung gab es auch. Also Sie sehen, da wurde Klimawandel nicht nur alleine verhandelt, sondern zusätzlich mit einer Menge anderen Umweltproblemen in einem extrem produktiven Gipfel. Was passierte also nach diesem Gipfel? Sie erinnern sich, da gab es das Berliner Mandat, handelt jetzt bitte mal was verbindlicheres aus, als nur die Klimaschutzrahmenkonvention. Und das Ergebnis war, dass 1997 das Kyoto- Protokoll verabschiedet wurde. Das kennen Sie alle logischerweise, weil es mit das das wichtigste, der wichtigste Vertrag ist auf der internationalen Ebene. Das heißt deswegen Kyoto-Protokoll, weil es ein Protokoll, also ein Annex ist zu der Klimaschutzrahmenkonvention. Das Protokoll soll also dann in Kraft treten, wenn entweder 50 Prozent der globalen Emittierer dabei sind oder glaube ich irgendwie 55 Staaten, je nachdem was früher eintritt. Und Sie sehen, das Ganze dauert ziemlich lange, nämlich acht Jahre, bis man auf diese Zahl kommt, der Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnen. Die USA legendärerweise, wie Sie das wissen, der unterzeichnet Bill Clinton zwar den Vertrag, aber als er den Vertrag zurückschickt, um ihn vom Senat zu absegnen zu lassen, was in den USA ja so der Fall ist, sagt der Senat, nö, machen wir nicht, schickt ihn zurück und deswegen hat bis heute die USA diesen Vertrag nicht ratifiziert. Ab 2005 gab es dann parallele Treffen, denn für die Klimaschutzrahmenkonvention gibt es etwas, das nennt sich die Conference of the Parties, also die Mitgliedstaaten der Rahmenkonvention. Und dann gibt es für das Kyoto-Protokoll aber ein eigenes Treffen, nämlich das CMP, die Conference of the Parties Serving as the Meeting of Parties to the Kyoto-Protokoll. Total Bombename, als Bandname, das wäre mein Bandname, wenn ich ihn aussuchen könnte. Was das heißt, ist, dass sich bis 2005 trafen sich die Staaten immer zwei unterschiedlichen Kontexten, um diese Dinge zu verhandeln und das sah dann zum Beispiel so aus, dass die eben immer eigene Logos hatten hier, wie hier in Kopenhagen. Aber eigentlich sah man dann ein, es wäre sinnvoller, wenn man sich eben zur Klimaschutzrahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll gemeinsam trifft und das erörtert. 2006 bis 2009 wurde der sogenannte Bali-Aktionsplan erarbeitet, den kennen Sie vielleicht jetzt so vom Namen her, weil der nachverhandelt wurde bei den Klimaverhandlungen in Paris. Jetzt sollte also auch nach dem Kyoto-Protokoll, das verbindlich war, auch die Klimaschutzrahmenkonvention verbindlich gemacht werden. Dieses Ziel setzte man sich für 2009 und verfehlte es leider spektakulär. Ab 2010 gab es dann noch ein paar weitere Anstrengungen zum Klimawandel, zum Beispiel die globale Umweltfazilität, die Environmental Facility. Das ist so eine Art Bank, da können Sie hingehen und sagen, ich will irgendwie geothermale Brunnen in Burundi graben und dann geben die Ihnen vielleicht Geld. Also eine Finanzierungseinrichtung gegen den Klimawandel. 2011 traf man sich dann, sagte dann, oh ja, okay, 2009, das haben wir nicht hinbekommen mit diesem verbindlichen Schutz und den verbindlichen Zielen, machen wir das einfach nochmal bis 2015. Und tatsächlich traf man sich 2015 in Paris, daran erinnern Sie sich wahrscheinlich noch, ist ja jetzt zwei, drei Jahre her. Und in Paris traf man dann die nächste, gab man dann die Pariser Erklärung ab, die Pariser Vereinbarung, wo sich jetzt Staaten auf nationale Reduktionsziele festlegten. Also das ist eine der wichtigen Sachen, die Sie sich von dem Pariser Abkommen merken müssen, ist, dass sich Staaten hier selbst Ziele setzen und die dann versuchen zu erfüllen. Da gibt es also nicht mehr irgendwie Staat X muss 12% abbauen, sondern die internationale Gemeinschaft vertraut darauf, dass die Staaten sich selbst ordentliche Ziele setzen. So ein bisschen wie, wenn Sie sich die Ziele setzen, im EB-Teil schreibe ich eine 2-0. Aber das wäre auch ein bisschen so, als hätte ich dafür keinen Sanktion, ich habe da keinen Überwachungsmechanismus. Ich überlasse es Ihnen selber, auf welche Noten Sie zählen und was auch immer Sie erreichen, ist dann gut. Vielleicht könnten wir das mal umbauen, wer weiß. Das Kyoto-Protokoll ist mit der, ist also der mit am weitesten ratifizierte Umweltvertrag auf globaler Ebene. Was Sie hier jetzt sehen, ist nur noch mal zu ihrer, also das Kyoto-Protokoll hatte eine Periode 1 bis 2012 und dann eine Periode 2, die in Paris 2015 angefangen hat. Und was Sie hier jetzt auch sehen, ist eben in grün, das sind die Staaten, die also jetzt für Periode 2, also für die Zukunft, sich verbindliche Ziele gesetzt haben, ihre Emissionen zu reduzieren. Dann sehen Sie auch, das ist eigentlich zuerst mal eine europäische Geschichte. Warum hier Kasachstan dabei war? Nicht ganz sicher, ja, aber Props für Kasachstan und Australien auch. Sie sehen allerdings auch, da gibt es in lila Staaten wie Russland oder Neuseeland oder Japan, die hatten sich zwar in der ersten Phase Ziele gesetzt, aber jetzt keine Ziele mehr für die zweite Phase. Die sind also effektiv eigentlich raus. Und in blau sehen Sie, der allergrößte Teil der Welt, der hat gar keine Ziele für diese zweite Periode. Und Sie sehen in gelb oben, Kanada, Kanada hat seine Unterschrift zurückgezogen, es ist also ausgetreten eigentlich. Und die USA, wie ich es gerade schon erzählt habe, haben noch nie reduziert, haben noch nie ratifiziert. Also was Sie da sehen ist, das hört sich zwar an wie ein tolles Abkommen, oder das ist es irgendwie auch, weil wir uns zumindest mal auf was geeinigt haben, mit 193. Aber das ist eigentlich eine sehr regional begrenzte Geschichte, wer da also Verpflichtungen eingeht. Gut, nochmal zum Vergleich, dazu habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt. Die Klimaschutzrahmenkonvention ist also unverbindlich, wenn das Kyoto-Protokoll verbindlich ist. In der Rahmenkonvention ging es erstmal nur um die Stabilisierung von Emissionen auf einem bestimmten Niveau. Das Kyoto-Protokoll wollte diese reduzieren. In der Rahmenkonvention gibt es keine Sanktionen, im Kyoto-Protokoll schon, auch wenn diese Sanktionen vor allem so funktionieren, dass sie vom Emissionshandel ausgeschlossen werden, wenn sie ihre Ziele verfehlen. Was ist der Emissionshandel? Der Emissionshandel bedeutet, dass das Kyoto, also den Begriff haben Sie alle schon mal gehört wahrscheinlich, das Kyoto-Protokoll hat eigentlich eine ganz schlaue Idee im Kern, und zwar da einen globalen Markt zu schaffen für Emissionen. Also wo Staaten ihre nicht getätigten Emissionen praktisch verkaufen können an Staaten, die mehr ausgestoßen haben, als sie sollten. Und dann kommen wir gemeinsam im Durchschnitt auf ein gutes Niveau. Wenn Sie sich das im Hörsaal so vorstellen würden, dann könnten Sie zum Beispiel sagen, naja, wenn Sie einen 1er schreiben, dann können Sie Ihre drei Notenschritte, die Sie über der 4.0 liegen, die können Sie jemand weiterverkaufen, der eine 5 geschrieben hat. Das wäre also Notenhandel. Das wäre doch mal eine spannende. Also Emissionshandel heißt, dass Sie aufgrund dieser mit diesen unterschiedlichen Mechanismen Emissionen handeln können zwischen Ländern. Da geht es natürlich nicht darum, dass Sie da wirklich einen Sack voll Kohle jetzt irgendwie nach Schweden verkaufen, sondern da geht es nur um die berechneten Emissionen natürlich. Also was Sie zum Beispiel machen können, ist, Sie können als entwickeltes Land in einem anderen entwickelten Land umweltfreundliche Projekte fördern und Sie können sich die dadurch eingesparten Emissionen selbst anrechnen lassen. Wenn wir jetzt also anfangen, in anderen Ländern Windkraft zu fördern, dann kann sich Deutschland das auf seine eigene Bilanz anrechnen lassen und wir können ein bisschen mehr verschmutzen. Also prinzipiell der Kern des Kyoto-Protokolls ist ein Marktmechanismus, was A noch nie da gewesen ist und B auch im Kern so eigentlich eine ganz schlaue Idee ist. Aber das heißt, wenn Sie durch das gegen das Kyoto-Protokoll verstoßen, dann werden Sie von diesen Marktmechanismen ausgeschlossen, können also nicht mehr schön Ihre Emissionen verhandeln und das ist vielleicht ja ein ganz gutes Mittel, um Sie dazu zu bringen, Ihre Kyoto-Verpflichtung wirklich einzuhalten. Gut, das heißt, jetzt gehen wir also mal zu zwei der Theorien der IB, was die uns dazu sagen oder was die für Fragen an dieses Problemfeld stellen. Jetzt könnte man ja zu einmal fragen, ist das überhaupt erfolgreich? Also ist das ein erfolgreiches Regime oder nicht? Ist vielleicht gar nicht so offensichtlich jetzt. Wir haben ja jetzt gemerkt, einige Sachen funktionieren ganz gut, andere Dinge vielleicht nicht. Oder manche der Theorien denken sich vielleicht, denken vielleicht nicht über Erfolg und Misserfolg nach, sondern mehr um darüber, wie das Regime jetzt so aussieht. Wir machen das jetzt mal an zweierlei Theorien so ein bisschen, spielen wir das mal ein bisschen durch, was die uns sagen über dieses Problemfeld. Wir haben zuerst mal den neoliberalen Institutionalismus. Sie wissen, Institutionalismus schaut immer auf Spieltheorie, Kooperation, sagt halt, Kooperation ist nicht automatisch, sondern passiert in bestimmten Situationen. Und der Institutionalismus sieht Klimaschutz hier als klassisches Kooperationsproblem zwischen Akteuren, die vor allem auf ihren eigenen Nutz aus sind. Wie wir es ja vorher schon gesehen haben, sind nicht alle Staaten gleichermaßen Problemerzeuger und auch nicht alle Staaten sind gleichermaßen davon betroffen von Klimawandel als Problem. Auf der nächsten oder übernächsten Folie gehe ich da gleich noch mehr darauf ein. Das heißt also, wir haben da ein globales Problem, das einzelne Akteure alleine nicht mehr bewältigen können. Auch wenn wir hier alle die Heizung ausstellen und unsere Autos verkaufen, reicht Deutschlands Beitrag leider nicht alleine aus, um den Klimawandel zu bekämpfen, sondern wir brauchen hier mehrere Akteure, die kooperieren. Das heißt, wir haben hier einen hohen Kooperationsbedarf, aber durch bestimmte Probleme kollektiven Handelns ist es schwierig, ein Kooperationsergebnis zu finden. Und diese Konstellation, wir haben zwar hohen Kooperationsbedarf, aber da gibt es einige Probleme, die damit einhergehen, sorgen also dazu, dass es zwar zur Institutionenbildung kommt, sagt der Institutionismus, aber auch, dass diese Institutionen tendenziell so ein bisschen schwach sind. Ja, also dass die nicht jetzt starke Sanktionsmechanismen beinhalten, zum Beispiel. Und das liegt natürlich daran, dass man Kooperationsprobleme hat, dass man also Schwierigkeiten hat, auf eine Seite zu kommen und mit scharfen Sanktionsmechanismen würde man das Problem vielleicht sogar noch verschärfen. Was sind also nochmal, es ist also ein ganzer Strauß von Problemen, auf was der Institutionismus hinweist beim Klimawandel oder die Klimaschutz schwierig machen. Manche von denen hängen so ein bisschen zusammen und ich werde darauf jetzt auf den nächsten Folien mal eingehen. Wir haben also einmal das Problem, dass es hier um Mixed Motives geht. Das heißt, sie haben im gleichen Spiel zweier Akteure, haben sie sowohl Anreiz zu Kooperation als auch Anreize zu Nicht-Kooperation. Das Spiel wäre relativ einfach, wenn alle Akteure einfach nur Anreize zu Kooperation hätten. Dann hätten sie, das erinnern sich noch, vor vielen Wochen, dann hätten wir einfach nur ein Koordinationsspiel. Unser Beispiel damit, dass man auf der gleichen Straßenseite fahren sollte oder dass man sich da koordinieren will. Aber hier gibt es ja Anreize, sowohl dafür zu kooperieren, als auch zu Nicht-Kooperieren. Denn, und das hat mit dem Gefangenen-Dilemma zu tun, denn ihre beste, ihr bester Outcome als Staat, ihr bestes Resultat ist natürlich nicht, dass sich alle, sie eingeschlossen, gegen den Klimawandel stellen, sondern, dass sich alle gegen den Klimawandel stellen, außer ihnen. Das heißt also, alle arbeiten eifrig gegen den Klimaschutz und sie bauen die nächste Fabrik. Das ist ja für sie, weil das heißt, sie haben die Vorteile des Klimaschutzes, die kriegen sie auch und sie können sich trotzdem noch hohe industrialisieren. Das heißt, sie haben einen Anreiz, zwar das Problem zu bewältigen, aber sie haben auch einen Anreiz, andere das Problem bewältigen zu lassen, ohne selber was beizutragen. Das ist gleichzeitig das Trittbrettfahrerproblem. Wir hätten gerne das Problem alle bewältigt, aber eigentlich hätten wir es am liebsten, wenn die anderen das Problem für uns lösen. Das heißt also, die Kosten sind sehr ungleich verteilt. Ich sage auf der nächsten Folie gleich noch was dazu. Die Kosten sind sehr ungleich verteilt, vor allem für die Länder, die jetzt gerade viel CO2 ausstoßen, wie China. Die negativen Effekte sind aber auch sehr ungleich verteilt über die Welt. Es gibt einige Klimasünder, die profitieren sogar von einer leichten Erderwärmung. Unter anderem, weil dann Gebiete landwirtschaftlich nutzbar werden, die es vorher nicht war. Das heißt also, wenn wir uns das mal ein bisschen systematisch angucken, der Institutionalismus würde sich jetzt eben anschauen, was haben unterschiedliche Akteure hier für Anreize zur Kooperation und kommen wir hier auf den grünen Zweig? Gibt es hier irgendwie Überschneidungen in den Präferenzen? Und wenn wir uns das mal angucken, das kommt aus einer wissenschaftlichen Studie, wo prognostiziert wurde, wie viel Kosten kommen denn auf bestimmte Weltregionen zu, wenn wir jetzt einfach eine CO2-Steuer einführen würden? Also einfach CO2 zu emittieren, kostet 20 Euro pro Tonne, unabhängig davon, wer das emittiert und dadurch versuchen wir, die Emissionen zu senken und dadurch das CO2-Niveau in der Atmosphäre konstant zu halten. Auf wen kommen jetzt hier also die höchsten Kosten zu? Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das Bild eben nicht so schön verteilt. Es ist nicht so schön verteilt, dass sich alle da einen Vorteil davon kriegen und es ist auch nicht so verteilt, dass da alle irgendwo einen bestimmten Nachteil haben, sondern es ist irgendwie komplexer. Wir haben natürlich bestimmte Länder wie USA und die europäischen Länder, deren Wohlfahrt und deren direkte Kosten relativ gering sind, weil wir eben schon ziemlich hoch technologisiert sind und hoch industrialisiert. Wir haben schon eine ziemlich effiziente Wirtschaft, wir haben schon eine Menge alternativer Energien, weswegen kämen auf uns bei so einer Steuer vertretbare Kosten zu, sagen zumindest die Autoren dieser Studie. Und das gilt nicht nur für jetzt, sondern auch für die Kosten, die uns das irgendwie 40 Jahre später irgendwie verursacht. Und wir verlieren relativ wenig Einkommen zusätzlich, sind wir unten, wir verlieren zusätzlich ziemlich wenig Einkommen, weil wir eben andere Einkommensquellen haben, außer nur Schwerindustrie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann einige Länder, bei denen das gar nicht zutrifft, die sehr hohe Kosten haben und die einen hohen Wohlfahrtsverlust hinnehmen müssten, wenn es so eine Steuer gäbe. Und selbst so ein Land hier wie Indien, wo es aktuell noch kein so großes Problem wäre, weil die einfach noch keinen so großen industriellen Sektor haben, für die wäre das in der Zukunft ein ganz dramatisches Problem, wenn es so eine Steuer gäbe. Das heißt also, was die Staaten hier für Präferenzen haben, hat fast keine Überschneidungen. Manche Staaten sind tatsächlich ganz gut drin oder könnten ganz gut drin sein, solche Kosten zu minimieren und das Klima ordentlich zu schützen. Für andere Staaten ist das eine extrem kostspielige Investition. Ja, Sie hatten eine Frage. Genau, ich glaube, also es ist leider ein bisschen her, dass ich die Studie gelesen habe, aber soweit ich mich erinnere, geht es da um die, also um die sowohl direkt verursachten Kosten, als auch um die Kosten für den Umbau der Wirtschaft gewissermaßen. Und wir haben halt schon, also bei uns hat halt jeder Schornstein schon den Filter und andere Dinge sind auch ziemlich hocheffizient gemacht und deswegen haben wir da relativ wenig, also relativ, gemessen an industriellen Output, haben wir da relativ wenige Kosten. Wie Sie vielleicht wissen, einige skandinavische Staaten sind mittlerweile so hocheffizient, zum Beispiel in der Beseitigung ihres Mülls, dass die aus anderen Staaten Müll importieren, damit ihre Müllverbrennungsanlagen irgendwas zu tun haben. Also das zeigt Ihnen, dass die Kosten da ziemlich gering sein können. Was haben wir noch für, also das ist immer ein Problem von, also hier gibt es große Probleme kollektiven Handelns. Also alles vom Trittbettfahrerproblem zu Gefangenedilemmata, zu Mixed Motives, das hat alles, verkompliziert das die mögliche Zusammenarbeit zwischen Staaten, sagt jetzt also der Institutionalismus. Gibt es jetzt für Institutionalisten irgendwie einen Weg raus? Ja, sagen die, könnte es schon geben. Wir müssen die Situation aber ein Stück weit ändern. Hier Cohen und Victor zum Beispiel zeigen, dass es drei verschiedene Alternativen gibt, wie man trotzdem aus so einer Situation der schwierigen Kooperation hinkommen könnte zu einer Situation, wo dann doch Kooperation passiert. Zu sagen zum Beispiel, wir könnten dafür sorgen, dass es eine First Mover Advantage gibt. Also sprich, dass es für die auch auf lange Sicht Sinn macht, dass man früh auf so einen Trend aufspringt. Jetzt aktuell zum Beispiel steht Deutschland ganz gut da, weil wir schon vor 30 Jahren angefangen haben, zum Beispiel eine Solarindustrie aufzubauen. Und deswegen haben wir jetzt den Vorteil, jetzt, da es alle einsehen, dass es eine gute Idee ist, kauft man vielleicht, hoffentlich zum größten Teil erst mal deutsche Solarenergie. Das heißt, wir haben hier einen Vorteil, weil wir früh die zur Problemlösung beigetragen haben, aber dann, dann wird, wir haben dadurch später einen fassbaren Vorteil. Ja, wenn man das also schafft, das noch in mehr Situationen einzuführen, dann könnte man hier wirklich was bewirken. Das andere wäre zum Beispiel, dass man sich überlegt, ist das wirklich sinnvoll, Klimawandel immer in der größtmöglichen Gruppe zu bearbeiten. Das haben Sie hier oben, Probleme der großen Gruppen. Problem der großen Gruppen ist, Sie können sich Klimawandel ungefähr so vorstellen, als würden wir jetzt hier, wir alle im Hörsaal, alle 200 oder so beschließen müssen, jetzt kaufen wir eine Pizza für alle, aber wir bestellen erst dann Pizza, wenn wir uns alle geeinigt haben auf genau eine Sorte Pizza, die ich bestellen kann. Das ist natürlich, können Sie sich vorstellen, je größer die Gruppe wird, desto unmöglicher. Wir enden da eh hinterher nur mit Teigfladen, weil keiner alles mag. Das ist also eine Situation, die in großen Gruppen fast unmöglich ist zu bewältigen. Und vielleicht, sagen Gohain Victor, wäre es ja eine bessere Idee, wenn wir Klimawandel eher in kleineren Gruppen behandeln. Das bringt es natürlich nichts, wenn Luxemburg, Österreich und die Schweiz irgendwie sich gemeinsam, nichts gegen die drei Länder, sich gemeinsam überlegen, was man gegen den Klimawandel tun kann. Aber man könnte ja zum Beispiel nachdenken, warum sollte es nicht, warum kann es nicht einen europaweiten Pakt geben zum Beispiel, weit über die Ziele hinaus zu gehen? Oder warum kann Asien nicht einen eigenen, nicht einen eigenen Mechanismus schaffen? Ist das nicht vielleicht eine bessere Idee, weil sich diese kleineren Gruppen schneller einigen können? Und weil es eine kleine Gruppe ist, kann man sich auch besser gegenseitig überwachen, weil es weniger bewegliche Teile gibt. Also das sind so ein paar, das sind so zwei zum Beispiel Möglichkeiten, die man jetzt benutzen kann, um solche Dynamiken der Nicht-Kooperation vielleicht abzufedern. Denken wir mal über eine andere Theorie nach, nämlich den Konstruktivismus. Was würde jetzt der Konstruktivismus an Fragen stellen oder was würde der, kann der uns irgendwas sagen über die Anstrengungen gegen den Klimawandel? Wie alle anderen internationalen Verhandlungen sieht der Konstruktivismus natürlich den Kampf gegen den Klimawandel und die Klimaschutzpolitik als Ergebnis von Konstruktionsprozessen. Das heißt also Klimawandel ist nicht nur, ist natürlich zum einen ein naturwissenschaftliches Klimaschutzphänomen, die Temperatur geht nach oben, aber wie wir das wahrnehmen, wie dramatisch das, also wie dramatisch das Problem ist, was man dagegen tun kann und wer was dagegen tun sollte, das geht alles aus den physikalischen Gegebenheiten nicht hervor. Sie können, Ihnen kann keiner ein Modell rechnen, irgendwie jetzt, was jetzt ein gerechter, ein gerechter Anteil am Klimawandel, am Kampf gegen den Klimawandel wäre. Dafür, das ist ein sozialer Aushandlungsprozess. Also wie Staaten über Klimaschutz nachdenken, ist ein sozialer Prozess und kann naturwissenschaftlicher. Und unterschiedliche Akteure üben hier unterschiedlich viel Einfluss aus. Zum Beispiel beim Klimawandel üben Experten besonders viel Einfluss aus auf den Diskurs. Also Staaten versuchen sich immer mehr oder weniger entlang zu hangeln an den Meinungen, Einschätzungen, Modellen, Prognosen von Experten. Das ist nicht in allen Sachbereichen so. Im Bereich Sicherheit zum Beispiel sind Experten zwar auch interessant, aber da gibt es kein internationales Sicherheitspanel, wo dann der Sicherheitsrat sagt, ja, ja, okay, danke, vielen Dank für die Einschätzung, machen wir genau so. Im Klimawandel ist das was ganz anderes. Das heißt also, der Konstruktivismus, der analysiert hier, wie die Diskussion über den Klimawandel konstruiert ist, wie wir das Problem also verstehen und welcher Akteur wie viel Einfluss darauf ausübt, wie das verstanden wird als Problem. David de Merritt ist ein Konstruktivist, der sich genau über den Prozess Gedanken gemacht hat und er sagt also ein paar, glaube ich, interessante Dinge. Er sagt nämlich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle des physikalischen Reduktionismus treten. Was heißt das jetzt? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle treten, alles auf die, also Klimawandel nur als so ein physikalisches Problem zu verstehen. Also nur als, okay, 0,74 ist zu viel, gehen wir runter auf 0,5. Weil das bedingt nämlich mehrere andere Sachen, sagt de Merritt. Das eine ist, dass wir uns dadurch auf Treibhausgase konzentrieren. Das heißt auch, Treibhausgase sind überall und wenn die imitiert werden, verteilen die sich auf der Welt global. Das heißt auch, solange wir sagen, Klimawandel ist vor allem ein Problem von Treibhausgasen und dass wir sie reduzieren wollen, dann sehen wir das Problem auch gleichzeitig als ein universelles und als ein globales. Aber warum eigentlich? Warum ist das nicht ein Problem, vorrangig zum Beispiel die industrialisierten Staaten oder vorrangig ein Problem der großen Emittierer? Warum müssen da die nicht emittierenden oder kleineren Staaten damit am Tisch sitzen? Warum müssen sie sich das auch anhören? Warum müssen die auch gefragt werden, ob sie nicht auch Verpflichtungen eingehen wollen? Also das wird zwar dargestellt als ein globales Problem, aber eigentlich ist es ein regionales. Sowohl was den Ausstoß angeht, haben wir ja gemerkt, nicht die ganze Welt stößt so viel CO2 aus, sondern auch was die Effekte angeht. Wenn Sie in der Schweiz sitzen, ist Ihnen der Klimawandel wahrscheinlich relativ egal. Können Sie halt vielleicht nur noch neun Wochen Skifahren statt zehn vorher. Ansonsten macht Ihnen das auf der Alm relativ wenig Sorgen. Wenn Sie im Pazifik auf so einem Inselchen sitzen, wo der höchste Berg 60 Zentimeter hoch ist, dann macht Ihnen das natürlich viel mehr Sorgen. Das heißt also, diese Darstellung, dass es ein globales Problem ist, lässt uns nicht sehen, dass sowohl der Ausstoß als auch der Impact eigentlich regional fokussiert verteilt sind und eben nicht global. Wir sind nicht alle gleichermaßen vom Klimawandel betroffen, sagte Merritt und das sollten wir so einsehen. Wenn wir das vorgeben, dass wir ja alle das gleiche Problem haben, dann kann das dazu führen, dass wir da gar nicht die richtigen Lösungen finden. Er sagt auch, die Tatsache, dass wir jetzt sagen, das hat alles nur mit emittierenden Industrien zu tun und wir müssen jetzt alles effizienter machen, heißt zum Beispiel auch, dass wir nicht marxistisch einfach mal in Frage stellen könnten, ist denn Klimawandel nicht einfach ein Resultat davon, wie wir die Weltwirtschaft organisiert haben. Also dadurch, dass es alles kapitalistisch ist mittlerweile, der Kapitalismus hat gewonnen, haben wir ja gehört in der Marxismus-Vorlesung, ist nicht das eigentlich der Kern des Klimawandels als Problem. Aber wenn Sie das thematisieren, schütteln wahrscheinlich die meisten Experten irgendwie den Kopf oder rollen die Augen. Also hat das nicht was damit zu tun, fundamental, wie wir Dinge überhaupt produzieren, verkaufen und handeln. Er sagt, auch das wird dadurch ausgeschlossen, dass wir das auf ein physikalisches Problem reduzieren. Und dann letztlich, sagt er auch noch, macht ein interessantes Argument, die Tatsache, dass wir ständig und überall über Klimawandel reden, heißt vielleicht, dass da öfter die viel dringenderen unmittelbaren Probleme des globalen Südens mal von der Agenda fallen. Also die Tatsache, dass wir ständig, in Anführungsstrichen, ständig irgendwelche Gipfel zum Klimawandel abhalten, heißt vielleicht, dass wir nicht mehr genügend Gedanken haben, uns mal zu überlegen, wie kann man denn überhaupt globalen Hunger bekämpfen oder globale Krankheiten. Wie kann man also die Gesundheit der Leute erhöhen? Denn es ist ein viel unmittelbareres Problem. Das heißt also, was er sagt, ist, dass dadurch, dass wir politische Relevanz wollen für diesen Prozess, bedeutet das gleichzeitig, dass wir manche Dinge, wir erteilen uns da selber so ein bisschen Denkverbote, sagt der Konstruktivist. Konstruktivisten gucken ja immer darauf, wie diskutieren wir was und was schließen wir aus der Diskussion aus. Vielleicht sollte man die Diskussion über den Klimawandel ja auch in unterschiedliche Richtungen führen, sagt der Merit. Darauf würden uns also Konstruktivisten hinweisen. Gut, also Konstruktivisten geht es hier um den Diskurs. Wie wird Klimawandel verhandelt? Wie wird er diskutiert? Wie sehen unterschiedliche Akteure das als Problem? Und selbst wenn wir uns alle darauf einigen können, dass er ein Problem ist, dann heißt das noch nicht, dass wir uns alle darauf einigen können, was denn die nötige Problembekämpfung ist. Darum geht es beim Konstruktivismus und um solche Konstruktionsprozesse. Das heißt, ein Problem ist nicht einfach naturgegeben, materiell bedingt, Sie erinnern sich noch aus der Vorlesung, ist nicht einfach naturgegeben, sondern wie wir so ein Problem wahrnehmen, ist konstruiert und darüber müssen wir nachdenken. Gut, jetzt also zum Abschluss noch mal ein paar kurze Worte zur Trump-Administration. Ich hatte damals vor der Inauguration von Trump mal zusammengestellt, was denn so seine, die Kandidaten für die nötigen Ämter hier so von sich gegeben haben. Ich habe sie mal zusammengestellt. Wir haben ja einmal Donald Trump selbst, der also zum Klimawandel gesagt hat, the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive. Also alles Bullshit, alles nichts wert, haben die Chinesen erfunden. Hat also keine Basis in der Realität und ich meine, wer würde einen so gut informierten Mann in Frage stellen. Dann haben wir mit einem der wichtigsten Akteure in der Administration, haben wir Scott Pruitt, der die EPA leitet, die Environmental Protection Agency, wie der Name schon sagt. Das ist so die Umweltagentur der USA und der sagt also, scientists continue to disagree about the degree and extent of global warming and its connections to the actions of mankind. Sehen also, das ist so ein Fünfprozenter. Der sagt, ich glaube erst dann dran, wenn 100 von 100 Leuten auf der Straße sagen, ja, es passiert. Oder wenn 100 von 100 Experten sagen, es passiert. Also jemand, der klassisch, der sich darauf konzentriert, dass es da noch ein bisschen Unsicherheit gibt, statt zu sagen, 95 Prozent der Wissenschaftler stimmen überein. Ryan Zinke ist deswegen interessant, der Secretary of the Interior, also der Innenminister, weil das Ministry of the Interior zum Beispiel Nationalparks verwaltet und auch öfter mal Erlaubnisse ausstellt, dass man da irgendwo Pipelines durchlegt oder mal bohren darf. Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, in den letzten paar Wochen hat zum Beispiel das Ministry of the Interior mal versucht, Bohrungen und Fracking vor der Küste von Florida freizugeben und nachdem Florida dann sagte, äh, Entschuldigung, hat das dann wieder zurückgenommen. Als Aussage sagt er allerdings, it's not a hoax, also es ist nicht einfach nur ausgedacht, also schon mal, but it's not proven science either. So knapp am Ziel vorbei. But you don't dismantle Americans power, America's power and energy on a maybe. Also für ein eventuell könnte da was passieren, das reicht nicht aus, dass wir uns da wirklich anstrengen. Am Schluss retten wir die Erde und für was? Rex Tillerson, den kennen Sie mittlerweile ja zu Genüge, das ist der Außenminister, der lustigerweise ja vorher das Unternehmen Exxon führte. Also wenn man es in irgendeiner Fernsehserie so gemacht hätte, dann würden Sie jetzt sagen, jetzt wird's ein bisschen unrealistisch. Der Außenminister, der früher Chef von dem Ölkonzern, also bitte, bisschen mehr Subtilität hier. Er sagt nämlich lustigerweise, er hat somit die positivste Einstellung zum Klimawandel, zumindest auf dem Papier. So as I look at climate change and global warming as a risk management challenge for policymakers, then I think you undertake it like we manage all risks. Also er sagt zumindest mal, da ist ein Risiko und wir müssen das Risiko managen. Yay, der frühere Chef von Exxon ist progressiver als andere Minister in der Regierung. Rick Perry, der Secretary of Energy, legendärerweise hatte er in einer Debatte mal, er wollte drei Ministerien abschaffen, aber leider sind ihm nur zwei davon eingefallen in der Debatte. Das, was er vergessen hatte, war das Secretary of Energy, für was er jetzt Chef geworden ist. Er sagte jetzt, is all one contrived phony mess that is falling apart under its own weight. Achtung, Buhmann, Al Gore is a prophet, all right, a false prophet of a secular carbon cult. Also der Prophet des säkularen Karbon, des Kohlenstoffkultes. Ach schon mal, das ist mal ein Bandname, wenn Sie einen brauchen. Säkularer Kohlenstoffkult. Also er ist jedenfalls überzeugt, auch ist alles nix, ist alles völlig ausgedacht. Nikki Haley, die ja die US-Vertreterin bei der UN ist, sagt, a clean power plan is exactly what we don't need. This is exactly what hurts us. You can't mandate utility companies which in turn raises the cost of power. Sie macht also so ein klassisches Kostenargument. Naja, aber das kostet uns doch was und liebe Leute, also können wir nicht machen. Ist alles viel zu teuer für uns. Und dann am Schluss haben wir noch Ben Carson, der weltdümmste Hirnchirurg. Nein, hat was damit zu tun, dass er sich wegen selbst angenommener, nicht genügender Kompetenz aus dem Rennen um den Präsidenten nahm. Also er sagte, er fühlte sich nicht kompetent genug. Hoffentlich fühlte er sich kompetent genug, um so ein Ministerium zu leiten, trotzdem. Er sagt jedenfalls, er macht die wunderschöne Aussage, If you look at the world and the history of the world at all points in time. Da geht es schon los, so spezifisch. Temperatures are going up or temperatures are going down. When things stop changing, then we're dead. Also der große Philosoph Ben Carson sagt also ganz klar, naja, es geht mal hoch und mal runter und daraus kann man ja jetzt nichts ableiten. Warum, was sollen wir uns da mitnehmen? Die wichtigsten Leute, auf die sie also achten sollten, nicht nur im vergangenen Jahr jetzt, denn die haben alle schon das wahrgemacht, was in den Aussagen drinsteckt und haben alle zu großen Teilen die Umweltschutzanstrengungen früherer Administrationen untergraben. Die wichtigsten Leute, auf die sie gucken sollten, sind vor allem der Chef der EPA, der Chef der Secretary of Energy und der Secretary of the Interior, weil die die meiste Kompetenz haben und natürlich den Präsidenten als Leitliniengeber. Was wir allerdings nicht erwarten sollten, ist logischerweise, dass die USA sich in irgendeiner Form in den nächsten drei Jahren in irgendeinem Forum global gegen den Klimaschutz einsetzen. Das ist ausgeschlossen, glaube ich. Die Folie ist noch von damals, da habe ich noch gesagt, es könnte auch sein, dass sie einfach nur stillhalten, aber sie arbeiten aktiv dagegen. Jetzt könnte man sich ja überlegen, was hat das denn tatsächlich für verfassbare Konsequenzen? Das ist die Entwicklung der Emissionen der USA. Also die rote Linie zeigt an, wie viel die USA vorausgesehen in 2025 emittieren werden. Das waren mal die Anstrengungen der Obama-Administration, also mit unterschiedlichen Plänen, wie zum Beispiel Methan zu reduzieren oder Clean Power zu fördern, sollte also dieses Ziel da unten in grün erreicht werden. Und alles, was gelb markiert ist, das ist entweder schon gestrichen worden oder wird demnächst mal irgendwann gestrichen von der Trump-Administration. Also da sehen Sie, hier ist nicht wirklich zu erwarten, dass da mehr dabei rumkommt. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, oh Gott, ist das jetzt das Ende unserer Anstrengungen? Gott sei Dank würde ich mal sagen, eher nicht. Nicht nur ist A, die US-Regierung, nicht der einzige relevante amerikanische Akteur. Wenn Sie das ein bisschen verfolgt haben, wissen Sie vielleicht, dass sich jetzt einzelne Bundesstaaten der USA schon unilateral ausgesprochen haben, dass sie jetzt für mehr Energieeffizienz eintreten. Zum Beispiel Kalifornien wird jetzt, ohne also die Bundesebene damit einzubeziehen, einfach selbst versuchen, gegen Klimawandel zu arbeiten. Und wir haben natürlich auch den Rest der Welt, der auch nicht schläft. Es kommen aus China in den letzten Jahren immer wieder sehr ermutigende Signale. China ja als größter Emitter global, macht auch gerade eine ganze Menge Anstrengungen, von der klassischen Energieerzeugung abzukommen und sich hinzuentwickeln zu alternativen Energien. Irgendwie vor drei Wochen ist erst die erste Autobahn eröffnet worden, die jetzt als Fahrbahn Solarpaneele hat. Leider ist sie, glaube ich, nach drei Tagen mussten sie schon wieder canceln, weil irgendjemand die Paneele gestohlen hatte. Also es ist nicht so ganz gut gelaufen, aber in die Idee natürlich fantastisch. Also das ist also die Zusammenfassung des Klimawandels als großes globales Problem, was deswegen so schwierig zu beantworten ist, weil der Diskurs komplex ist und weil auch die Kooperationsprobleme dagegen arbeiten können, dass sich Akteure hier auf irgendeinen Kurs verständigen können. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank.